Herzlich willkommen zur Lage der Nationen Ausgabe Nummer 122 vom 14. Dezember 2018. Wir kehren die Ereignisse der zurückliegenden Woche zusammen, so sie uns interessieren und wir sie für relevant halten. Wir, das sind ich, bin ich, sind wir, Philipp Banzel, Journalist und ich bin Ulf Burmeier. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn es heißt Willkommen zur Lage der Nationen. Wir haben in dieser Ausgabe eine ganze Reihe spannender Themen für euch zusammengestellt. Zuallererst beantworten wir nachher mal die Frage, was denn eigentlich bei der Bahn schiefläuft und wer dafür wirklich die Verantwortung trägt. Es wird ja viel auf die Bahn eingeprügelt, aber dazu gibt es ein bisschen mehr zu sagen. Und dann haben wir noch ein weiteres Thema. Nämlich natürlich den Brexit. Da kocht in Großbritannien der Topf langsam über. Und niemand hat so richtig den Plan, wie es eigentlich weitergehen soll. Das schauen wir uns alles an und zwar nach einer kurzen Unterbrechung. Ford ist einer der führenden Nutzfahrzeugproduzenten in Europa und hat nun zwei seiner bekanntesten Modelle ein Update verpasst. Der neue Ford Transit Connect und der neue Ford Transit Courier sind wirtschaftlich, leistungsstark und zuverlässig und sie fahren sich fast wie ein Pkw. Standard bei allen Ford Connect Modellen ist das überarbeitete 6-Gang-Schaltgetriebe mit Start-Stop-System und es gibt auch ein umfangreiches Angebot an serienmäßigen und optionalen Assistenzsystemen gegen Aufpreis, die einem das Leben echt leichter machen. Beispielsweise erkennt der intelligente Geschwindigkeitsbegrenzer Verkehrsschilder und passt das Tempo an. Und der Einparkassistent manövriert das Auto in Parklücken und zwar längs zur Straße und quer. Beide Modelle entsprechen außerdem der modernsten Abgasnorm Euro 6D Temp. In den Laderaum könnt ihr rund 3,5 Kubikmeter Kram laden. Das ist ungefähr ein Fünftel eines Grauwals und der darf dann gut 800 Kilo wiegen. Mehr Informationen, Ausstattungsoptionen und Modellvarianten findet ihr unter ford.de-Nutzfahrzeuge. Werbung Da sind wir wieder mit den Themen der Woche. Das erste davon der Brexit. Theresa May ist immer noch im Amt, aber in Großbritannien und Nordirland geht das Chaos zum Thema Brexit weiter. Zunächst mal allerdings hat Theresa May einen klitzekleinen Achtungserfolg errungen. Sie hat nämlich ein Misstrauensvotum ihrer konservativen Fraktion im britischen Unterhaus überstanden. Also den Antrag sie abzusetzen. Eine Minderheit ihrer eigenen Fraktion im Unterhaus hatte beantragt sie abzuwählen. Das allerdings war nicht erfolgreich. Das hat nicht funktioniert. Es haben zwar 117 Mitglieder der eigenen Fraktion gegen May gestimmt. Die Fraktion der Konservativen im Parlament hat ja 316 Mitglieder. 117 haben gegen May gestimmt. Das reicht nicht aus oder hat nicht ausgereicht, um sie abzusetzen. Aber es ist eben auch ein bisschen viel, um da gestärkt rauszugehen. Also es sind immerhin 117, die sie eigentlich nicht mehr haben wollten. Und May musste eigentlich versprechen, dass sie bei der nächsten, also musste noch dazu versprechen vorher, dass sie bei der nächsten Wahl auf keinen Fall wieder antritt. Also sonst hätte das wahrscheinlich überhaupt nicht funktioniert. Ja, sie hatte auch ganz interessante Interviews gegeben und auch Statements im Parlament abgegeben, die geradezu flehentlich klangen. Die klang so nach dem Motto, liebe Leute, lasst mich doch uns noch durch den Brexit schippern. Und wenn der Brexit dann durch ist, dann trete ich auch ab. Mit anderen Worten, sie ist auf jeden Fall eine Premierministerin auf Abruf. Vielleicht noch ganz interessant, um das so ein bisschen abzugrenzen von Misstrauensvoten in Deutschland. Üblicherweise meint man ja mit Misstrauensvotum eigentlich eher Abstimmung direkt im Parlament. Also quasi mit allen Abgeordneten. Wenn ich das richtig verstanden habe, Philipp, war das hier aber nur eine Misstrauensabstimmung innerhalb der eigenen Fraktion, interessanterweise. Ja, das ist ein bisschen anders als in Deutschland. Da war auch überhaupt nicht klar, wer denn das machen soll, wenn sie jetzt abgewählt worden wäre. Aber gut, das ist Geschichte. Das ist jetzt nicht so wichtig. Sie ist dabei. Das einzig Positive, was für sie vielleicht noch hängen geblieben ist, dass jetzt... Sie ist im Amt. Sie ist im Amt und es darf sozusagen ein Jahr lang zumindest aus ihrer Fraktion kein erneutes Misstrauensvotum gegen sie beantragt werden. Also aus ihrer Fraktion muss sie dieses Gegenfeuer jetzt ein Jahr lang erstmal nicht mehr fürchten. Labour, die größte Oppositionspartei, kann das natürlich im Parlament immer noch, sagen wir mal, beantragen. Da warten die wahrscheinlich nur auf den richtigen Moment. Politisch muss man sagen, bleibt Theresa May ihrem bisherigen Kurs treu. Sie war zwar, wie man weiß, eigentlich eine Gegnerin des Brexit nach der Volksabstimmung 2016. Allerdings hat sie sich jetzt auf einen eisenharten Brexit-Kurs festgelegt und vertritt den jetzt mit der These, es müsse unbedingt einen Brexit geben. Sie haben allerdings möglichst keinen Hart-Brexit, also keinen Brexit ohne Vereinbarung mit dem Rest der Europäischen Union, sondern mit diesem Brexit-Deal, der ja in der Lage der Nation auch schon verschiedentlich Thema war. Für diesen Deal kämpft sie also weiter, zuletzt mit einer Reise nach Brüssel, wo sie gerne noch Nachbesserungen hätte aushandeln wollen. Philipp, war das erfolgreich? Nein, es war nicht erfolgreich. Also sie muss halt diese Nachverhandlung machen, weil dieser Deal ja durchs Parlament muss. Bisher ist überhaupt nicht abzusehen, dass da irgendjemand eine Mehrheit für findet im Parlament. Sie hat die Abstimmung ja auch auf den Januar verschoben. Deswegen reist sie jetzt zum Gipfel oder ist sie gereist zum Gipfel nach Brüssel, um zu sehen, ob sie noch was rausholen kann. Ob die EU irgendwas noch gibt, wo ihre Brexiteers, ihre Hardliner im Parlament sagen können, na gut, dann stimmen wir doch zu. Aber EU hat ganz klar gesagt, won't happen, das Ding wird nicht nochmal aufgemacht. Das Einzige, was sie Theresa May mit auf den Weg nach London gegeben haben, ist eine sehr unverbindliche Zusage, die eigentlich voller Selbstverständlichkeiten ist. Nämlich, die EU hat gesagt, unverbindlich, dieser Backstop, um den es immer geht, um den sich in London viele Brexiteers aufregen, der soll vermieden werden, so es denn geht. Und wenn er nicht vermieden werden kann, dann soll er nur kurz gelten. Ja, nur vorübergehend angewendet werden. Aber ja, dazu vielleicht nochmal ein Wort. Was ist dieser Backstop? Ja, der Backstop, das ist so eine Art, sagen wir mal, Auffangnetz für den Fall, dass keine wirklichen Vereinbarungen zwischen EU und dem Vereinigten Königreich zustande kommen. Nach dem Brexit ein ganz zentraler Punkt aus Sicht der EU ist ja, dass möglichst zwischen der Republik Irland, also dem südlichen Teil der Insel Irland und Nordirland, dem nördlichen Teil, der eben zu Großbritannien und Nordirland gehört, keine harte Grenze entstehen. Also mit anderen Worten, da ist heute zwar eine Staatsgrenze, man spürt es aber eigentlich nicht aus Staatsgrenze zwischen der Republik Irland und dem Vereinigten Königreich, aber diese Staatsgrenze spürt man eigentlich nicht. Es ist eine offene Grenze und das ist sehr wichtig, weil in Nordirland eben viele Jahre Bürgerkrieg herrschte über die Frage, wie Nordirland denn politisch regiert werden soll. Und die EU hat immer ganz klar gemacht, wir lassen unsere Republik Irland, die ja weiter EU-Mitglied bleiben soll, auf keinen Fall fallen. Wir lassen auch die Menschen in Nordirland nicht fallen. Wir werden dafür kämpfen, dass die weiter nicht spüren, auch wenn, dass sie in einem anderen Land leben, auch wenn das Vereinigte Königreich nicht mehr in der EU ist. Und da war halt einfach die Frage, wie realisiert man das? Und wie gesagt, das ist vor allem relevant für den Fall, dass nach zwei oder auch vier Jahren nach dem Brexit immer noch kein Abkommen ausgehandelt ist. Dann soll das Vereinigte Königreich in der Zollunion bleiben und Nordirland soll auch Teil, jedenfalls zum guten Teil, weiterhin von der Waren- und Dienstleistungsfreiheit profitieren. Im Gegenzug müssten dann aber natürlich die Waren auch die EU-Standards erfüllen. Mit anderen Worten, Nordirland wäre ein bisschen näher dran an der EU als der Rest des Vereinigten Königreichs, was natürlich, kann man sich vorstellen, für die Brexiteers-Fans wiederum ein absolutes Horrorszenario ist, weil es die nationale Einheit ist. Genau, also du hättest dann quasi so mehrere Rechtsbereiche innerhalb des Vereinigten Königreiches, plus, dass die halt die Brexiteers fürchten, naja, also wenn wir jetzt dem Vertrag zustimmen, wir haben die zweijährige Übergangsphase, es passiert nichts, es kommt dieser Backstop, Nordirland bleibt und die Vereinigte Königreich bleibt in der Zollunion, wenn wir uns da nicht einigen, dann bleiben wir forever in dieser Zollunion und können nie eigene Handelsabkommen mit anderen Ländern schließen, was wir ja eigentlich wollten. Ja, mit anderen Worten wäre das so ein völliger Zwitterzustand, auch ein Zustand von Rechtsunklarheit und natürlich auch für das Vereinigte Königreich vor allem ein Nachteil, deswegen, weil sie dann noch in weiten Teilen an europäische Rechtssetzung gebunden wären, auch an Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs, aber nicht mehr mit am Tisch sitzen, nicht mehr mitreden könnten. Mit anderen Worten, so richtig attraktiv klingt das aus britischer Perspektive eigentlich nicht. Und wir haben uns gedacht, im britischen Parlament gibt es ja einen Brexit-Ausschuss und wäre es nicht mal interessant mit einem Parlamentarier, einer Parlamentarier aus diesem Brexit-Ausschuss zu sprechen und yes indeed, it is. Und deswegen haben wir uns Vera Hopphaus zum Interview organisiert, sie ist in Deutschland geboren, aufgewachsen, hat in Deutschland studiert, ist 98 nach England gegangen, hat dort einen englischen Unternehmer geheiratet, ist seit zwölf Jahren bei den Liberaldemokraten engagiert und seit 2017 Mitglied des britischen Unterhauses, sitzt also im Parlament. Frau Hopphaus ist erklärte Gegnerin des Brexit und sitzt, wie gesagt, in diesem Brexit-Ausschuss im Parlament. Erstmal ganz herzlich willkommen in der Lage der Nation, Frau Hopphaus. Ja, guten Tag. Sagen Sie mal, wie ist denn jetzt eigentlich die Stimmung im Parlament? Also in diesen Fernsehübertragungen, die man sieht, geht es ja da immer hoch her, Sie sitzen drinnen, mittendrin im Getümmel im Brexit-Ausschuss. Wie ist die Stimmung? Also ich bin ja noch nicht so lange Abgeordnete, aber meine Kollegen bestätigen das auch. So eine Verärgerung, so ein Ärger haben die lange nicht gesehen. Also ich glaube, die Premierministerin hat wirklich jetzt sehr, sehr viel verpatzt, weil sie vor allen Dingen eben am Dienstag sollte die Wahl stattfinden oder die Abstimmung stattfinden über den Deal. Das hat sie dann plötzlich abgebrochen, nachdem noch am Morgen gesagt worden war, ja, es kommt auf jeden Fall zu der Abstimmung. Und dann im letzten Moment hat sie das doch auch abgeblasen. Ich glaube, damit hat sie wirklich die letzten Leute, die sie noch vertreten haben, letztlich wirklich so verärgert, dass ich gar nicht sehen kann, wie sie, selbst wenn sie jetzt noch die größten Zugeständnisse aus Brüssel rausholte, wie sie diese Leute wieder befriedigen und beruhigen könnte. Nun ist ja Ihre Position Stay, also dass das Vereinigte Königreich in der Europäischen Union bleiben sollte. Wie ist denn zurzeit inhaltlich die Situation im Parlament? Sie haben gerade schon den Frust beschrieben, der ja über die verschiedenen Positionen hinausgeht. Aber welche Position kann man denn dort eigentlich zurzeit unterscheiden über diese großen Linien Leave und Stay hinaus? Also die Abgeordneten oder die Parteien, die eben ganz offen vertreten, dass der beste Platz, den wir haben, eben am Tisch und nicht außerhalb des Raumes ist, also in der EU zu bleiben, das sind die schottischen Nationalisten und die Liberalen. Und andere Parteien halten sich eben so ein bisschen bedeckt, weil natürlich keiner so laut sagen mag, dass die Abstimmung 2016 eben eine falsche Entscheidung war. Und viele Leute versuchen in irgendeiner Weise, obwohl sie selber Passionierte Pro-Europäer sind, versuchen das eben so ein bisschen bedeckt zu halten und verstecken sich so ein bisschen hinter dem People's Vote. Das machen wir natürlich auch. Wir sagen, die Menschen müssen das entscheiden. Die Abgeordneten können den Brexit nicht absagen. Es gab ja die Volksentscheidung 2016. Deswegen müssen wir diese Entscheidung zurück an die Menschen geben. Brexit kann im Parlament nicht abgesagt werden. Aber wir müssen die Leute abstimmen lassen, denn es gibt ja diese Sackgasse. Keiner kann sich wirklich einigen, auf wie der Brexit aussehen soll. Und in diesem Leave Vote, also in der Entscheidung gegen Europa, das war ja alles so diffus. Keiner hatte so richtig eine Vorstellung, wie das eigentlich aussehen sollte. Und letztlich ist eben eine Mehrheit, wenn überhaupt, zeichnet sich jetzt doch ab, um die Frage in der Europäischen Union zu bleiben. Also die Brexit-Entscheidung ist gespalten, nämlich entweder WTO-Rules oder mit einer sehr nahen Beziehung mit der Europäischen Union. Und die Brexit-Fraktion kann sich eben nicht einigen. Jetzt hat ja der EuGH den Briten eigentlich eine goldene Brücke gebaut. Der Europäische Gerichtshof hat ja letzte Woche entschieden, dass es auch rechtlich überraschend eigentlich einfach wäre, für das Vereinigte Königreich den Exit aus dem Brexit zu machen. Also diesen Brexit-Antrag zurückzunehmen und zu sagen, hey, wir wollen doch in der Europäischen Union bleiben. Für wie wahrscheinlich halten Sie das, dass Theresa May diesen Schritt geht? Also, so wie ich das verstehe, kann Theresa May, also die Regierung alleine diese Entscheidung nicht treffen, sondern es müsste schon eine Abstimmung im Parlament geben oder ein Referendum geben. Und meine Position ist eben immer, auch das Parlament alleine kann diese Entscheidung nicht treffen. Das würde wirklich so aussehen, als wenn wir über die Meinung der Menschen einfach so hinwegtrampeln. Und wie wahrscheinlich ist ein zweites Referendum zu dieser Frage? Naja, ich glaube eben, dass je mehr alle verschiedenen Brexit-Vorschläge, also No-Deal-Brexit oder den Deal, den Theresa May jetzt auf den Tisch gelegt hat, wenn die alle abgewählt werden, dann zeichnet sich eigentlich ab, dass ein People's Vote, also eine zweite Volksabstimmung, der einzige Ausweg ist. Wenn man das jetzt mal so zusammennimmt, dann muss man ja schauen, dass auch bei einem Brexit-Deal, so wie ihn Theresa May ausgehandelt hatte, der Brexit zunächst mal nur formal kommen würde. Aber alle Wirkungen dieses Brexit wären ja zunächst mal für knapp zwei Jahre ausgesetzt. Mit anderen Worten, das ist eigentlich ja ohnehin so eine Art Taschenspielertrick, wo man zwar formal noch austritt, wo aber dieser Brexit dann quasi wieder auf Eis gelegt wird. Wäre es denn dann nicht die ehrlichere Lösung zu sagen, wir stoppen jetzt diesen rasenden Zug, der da auf den 29. März 2019 das Brexit-Datum hinzurast? Wir kündigen jetzt erstmal diesen Prozess auf und überlegen uns national ganz in Ruhe, wie denn jetzt ein solcher Brexit aussehen soll. Und dann wäre ja auch eine Möglichkeit, das Volk zu fragen, ob sie einen solchen Brexit, wie er denn jetzt in Brüssel ausgehandelt wurde, überhaupt wollen. Denn das war ja genau das Problem mit dem ersten People's Vote, dass niemand so richtig wusste, wie ein solcher Brexit aussehen würde. Genau, und das war ja alles so auf der Basis, wie die Engländer sagen, the grass is always greener on the other side. Also alles wurde in wunderbaren Farben ausgemalt. Und jetzt, wo die Menschen eben die Realität eines Brexit sehen, selbst eines halben Brexit, sind die doch durchaus umstimmbar. Und es gibt ja so viele Sachen, die innerhalb der letzten zweieinhalb Jahre gesagt wurden. Besonders die jungen Menschen, die ja dann jahrzehntelang mit dieser Entscheidung leben müssen, während die Entscheidung auszutreten, ja oft von den älteren Leuten entschieden worden ist. Also gerade wenn es um die Zukunft Großbritanniens geht, müssen wir eigentlich wirklich auf die jungen Leute hören. Und die jungen Leute in der großen Mehrheit wollen in der Europäischen Union bleiben. Und Sie haben ganz recht, also warum das alles in dieser großen Eile geschehen ist, das muss man der Premierministerin schon anschreiben. Aber es ist ja immer wieder, kommt auf dieses große Problem zurück, dass es eigentlich ja immer diesen Kampf innerhalb der konservativen Partei geht. Es ist ein Kampf, den die Partei seit Jahrzehnten führt und versucht hat, über dieses Referendum schließlich zur Ruhe zu legen. Aber der Kampf geht ja nach wie vor weiter. Und Sie haben ganz recht, selbst mit dem 29. März, selbst mit dem Deal, den Mrs. May zurückgebracht hat, ist ja dieser Kampf noch gar nicht entschieden. Und es wird ja weitergehen und es wird ja einfach nach wie vor diese große Entscheidung, wie eigentlich die Beziehung Großbritanniens zum Rest der Europäischen Union aussehen soll. Dieser Kampf ist ja immer noch nicht entschieden und der wird weiter rasen. Insofern ist eigentlich die Entscheidung, die diesen Kampf zur Ruhe bringen würde, natürlich nicht völlig, ist doch in der Europäischen Union zu bleiben. Dazu vielleicht nur eine ganz kurze Nachfrage. Wir haben ja über diesen Zeitdruck gerade schon gesprochen. Will denn eigentlich, genau, wir haben diesen Zeitdruck gerade schon erwähnt und dass bis dahin noch ein Deal zustande kommt, ist ja jedenfalls unwahrscheinlich. Auch wenn Theresa May die Abstimmung jetzt in den Januar verschoben hat, deswegen noch ein bisschen die Möglichkeit hat, um Stimmen zu werben. Dass ein Deal kommen wird, ist jedenfalls nicht besonders wahrscheinlich. Will denn eigentlich irgendwer ein Hard Brexit? Denn das wäre ja die Folge, wenn der 29. März erreicht ist und bis dahin kein Deal erreicht. Ja, also es gibt im Parlament auf jeden Fall keine Mehrheit für einen No-Deal-Brexit. Es gibt natürlich, und wir haben ja jetzt gesehen, 117 Abgeordnete haben gegen Theresa May gestimmt. Da kann man mal davon ausgehen, dass das die Gruppe von konservativen Abgeordneten ist, die einen harten Brexit wollen. Aber wir haben 650 Abgeordnete, also ein durchaus, man muss das schon in Kauf, oder man muss das schon sehen, es sind ein Sechstel oder so im Parlament, wollen eben einen Hard Deal-Brexit. Und in der Bevölkerung kann man sehen, also wenn da Volksumfragen gemacht werden, gibt es 30 Prozent der Menschen, die glauben, wir können einen harten Brexit überleben und das ist, was sie wollen. Und das ist eben eine sehr lautstarke, vokale Minderheit. Aber 30 Prozent, 25 bis 30 Prozent ist schon was, was man nicht einfach so ausblenden kann. Aber das sind eben, das ist diese Gruppe von Menschen, die man ja in Frankreich auch sieht, das sind einfach sehr unzufriedene, ärgerliche, verärgerte Menschen, die aus allen möglichen Gründen unzufrieden sind. Nicht nur wegen Europa, sondern weil sie sich zurückgelassen fühlen, weil seit der finanziellen Krise sie besonders hart betroffen worden sind. Diesen Menschen muss man anhören und ihr ganzer Ärger hat sich dann eben über die Mitgliedschaft in der Europäischen Union ausgedrückt. Da sind aber die Leute auch ärgerlich über alte Migration, also Migration aus Pakistan vor allen Dingen und so ein bisschen, was in Deutschland ja auch ganz deutlich ist, so diese Islamophoben. Das hat sich alles in diesem Brexit, in dieser Brexit-Abstimmung vereinigt, als Ärger, als Ärger gegen die Welt. Das Bild, was wir so haben. Sie beschreiben, es gibt in der Bevölkerung eine große Minderheit, die den Hart-Brexit will, aber es ist eben eine Minderheit. Im Parlament gibt es auch eine große Minderheit, die den Hart-Brexit will, aber es ist eben eine Minderheit. Die Mehrheit will diesen Hart-Brexit nicht. Was will die Mehrheit, auch Sie als Opposition, was soll passieren, damit dieser Hart-Brexit am 29. März nicht eintritt? Was ist der Plan? Wir hatten also in der Abstimmung, am Dienstag war ein Amendment vorgeschlagen worden von Hilary Benn, der ist ja der Vorsitzende des Brexit-Ausschusses. Also ein Zusatz. Ja, dass Hart-Brexit ausgeschlossen wird, sodass es ja eine Abstimmung darüber gegeben hätte, dass das Parlament einen No-Deal-Brexit nicht akzeptiert. Und das wäre eine interessante Entscheidung gewesen, zu sehen, dass das Parlament in der Mehrheit den No-Deal-Brexit ablehnt. Das wäre dann schon mal der nächste Schritt, um zu verhindern, jedenfalls, dass das Parlament für den No-Deal-Brexit nicht stimmt. Und dass das nicht der Ausgang ist, wo alle sagen, wups, wie sind wir denn dazu gekommen? Ja, aber das ist doch nicht die Option. Das Parlament, der kommt ja so oder so, dieser No-Deal-Brexit. Sie müssen etwas tun, damit er nicht kommt. Aber was soll passieren, damit er nicht kommt? May kommt jetzt mit so ein paar windelweichen Zusagen aus Brüssel zurück, die aber nicht verbindlich und einklagbar sind und die wahrscheinlich nicht dazu führen werden, dass dieser Deal angenommen wird. Also dieser Deal wird nicht kommen. Der Hart-Brexit kommt auf jeden Fall, wenn nichts passiert. Was soll passieren, damit er nicht kommt? Na, eine Entscheidung des Parlamentes. Aber kommt hier. Also was soll das Parlament entscheiden, was diesen Hart-Brexit verhindert? Was steht da am Rücken? Als eine Zusatzentscheidung zu der Entscheidung um den Deal hätten wir vorher wählen können oder abstimmen können, dass No-Deal-Brexit nicht eintritt. Das heißt dann Austritt aus dem Brexit? Die nächste Entscheidung wäre dann gewesen, hier ist der Deal von Theresa May. Wenn der auch nicht akzeptiert worden wäre, dann sitzen wir eben in dieser Sackgasse. Und dann ist eben die Frage, kommt es dann zu einer Neuwahl? Das ist bisher immer noch die Lieblingsentscheidung oder der Lieblingsausgang oder der bevorzugte Ausgang für die Labour-Partei. Und wenn das Parlament sich darauf nicht entscheiden kann und es gibt ja seit 2010 den Fixed-Parlament-Act, also zwei Drittel im Parlament können bestimmen, ob es eine Neuwahl geben soll oder nicht. Sonst läuft das Parlament fünf Jahre lang. Wenn es dafür dann eine Zweidrittelmehrheit geben würde, dass eine Neuwahl ausgerufen würde, dann wäre das die nächste Entscheidung oder eben und dann kommt eben unsere People's World Entscheidung auf den Tisch. Die Labour-Partei, falls die Entscheidung zur Neuwahl nicht durchkommt, dann ist der nächste Schritt, für den die Labour-Partei sich auch entscheiden würde, ein People's World. Und im Moment sitzt eben Jeremy Coben und wir warten auf Godot, sagen wir immer, dass er sich für den People's World entscheidet. Im Moment hat er sich noch nicht positiv für das zweite Referendum ausgesprochen. Wenn aber die Entscheidung einer Neuwahl nicht durchkommt, dann ist das der nächste Schritt. Insofern laufen wir immer Schritt für Schritt, halb Schritt für halb Schritt, kommen wir darauf zu, dass wir ein Referendum on the deal und die Leute mit einem zweiten Referendum nochmal antreten lassen. Das klingt ja zunächst mal nach einer sinnvollen Lösung, allerdings ist das ja ein Wettlauf gegen die Zeit, denn bis zum 29. März dürfte sich ein solches Referendum kaum noch abhalten lassen. Was soll denn in der Zwischenzeit geschehen? Soll dann quasi erstmal der Exit vom Brexit erklärt werden, um einfach die Zeit zu gewinnen für den Deal? Beziehungsweise wenn man das ohnehin schon tut, dann würde es ja eigentlich naheliegen, die Verhandlungen, die nach dem Deal die nächsten zwei Jahre geführt werden sollten, erst abzuhalten und danach, wenn wirklich quasi der komplette Deal auf dem Tisch liegt, ein solches Referendum durchzuführen. Also gibt es da konkrete Pläne, erstmal den Brexit abzublasen und in Ruhe zu überlegen, wie es weitergeht? So wie ich das verstehe, ist eben die Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof, dass Großbritannien den Brexit unilaterally absagen kann. Ja, so einseitig. Ja, wir brauchen einseitig absagen kann, also wir brauchen die Zustimmung der 27 europäischen Länder nicht. Aber wenn wir jetzt nur einen Verschub wollen, dann muss die Europäische Union zustimmen. Und die Frage ist eben um des Verschubes. Wie gesagt, ich sage, also meine politische Position ist, dass wir im Parlament den Brexit nicht absagen können. Die Regierung könnte allerdings anfangen beim Europäischen Parlament oder der Europäischen Union, ob wir den Brexit verschieben können. Und wir verstehen, dass sich da auf die Europäische Union einlassen würde, wenn es einen Volksentscheid gäbe, mit der Option in der EU zu bleiben. Okay. Sie würden sich auf einen Verschub nicht einlassen, wenn es nur darum ging, dass wir noch ein bisschen weiterreden um diesen Vertrag. Sie würden sich auf einen Verschub einlassen, wenn es ein Referendum gibt und wo auf dem Stimmzettel klar die Option, in der Europäischen Union zu bleiben ist. Das klingt ja jedenfalls nach relativ konkreten Plänen. Haben Sie denn das Gefühl, dass da irgendjemand jetzt quasi am Steuerrad steht und den Tanker United Kingdom halbwegs sicher durch diese raue See führt? Denn jedenfalls von außen entsteht für mich jedenfalls ein bisschen der Eindruck, als wenn keiner mehr so richtig weiß, was geht. Also wir haben jetzt ja die verschiedenen Optionen nochmal ausgebreitet. Gibt es da irgendjemanden, idealerweise natürlich in Downing Street No. 10, der wirklich weiß, wo es lang geht? Oder ist es tatsächlich so, dass das Regierungsschiff ganz schön schlingert? Also auf jeden Fall. Die Unsicherheit und das Kopfschütteln und sich am Kopf kratzen. Keiner weiß so richtig, wo es lang geht. Ich würde da natürlich auch die Führungsschicht der Labour-Partei ein bisschen auch in die Verantwortung nehmen. Jeremy Corbyn sagt nichts. Und wenn es da eine klare Opposition gäbe, dann wären wir ja gar nicht, wo wir sind jetzt im Moment. Also das hat natürlich auch viel mit einer schwachen Opposition der Labour-Partei zu tun. Und das ist tragisch in gewisser Weise. Und meine Partei, die Liberalen, haben ja 2015 eine schockierende Wahlniederlage erlebt. Wir haben nur zwölf Abgeordnete, wir waren 60. Insofern ist unsere Stimme eben auch nicht groß genug. Und es gibt eben die einzige Koalition, die es gibt, ist eben die People's World Campaign. Und die sind eigentlich die einzigen, die ganz klar auch schon Wahlkämpfen und ganz klar zumindest versuchen, eine Mehrheit zusammenzubringen, die eben nicht in den einzelnen Parteien sitzt, sondern eben Cross-Partys, also überparteilich. Jetzt führt Ihr Mann ja eine Fabrik, ist Unternehmer für Textilchemikalien. Und das ist ja auch eine große Frage, wie sich die Wirtschaft vorbereitet auf diesen ja nicht ganz unwahrscheinlichen Fall, dass am 29. März das Vereinigte Königreich hart aus der Union austritt. Wie bereitet sich Ihr Mann, wie bereitet sich das Unternehmen auf diesen Brexit vor? Ich war eine Zeit lang auch in der Firma angestellt und habe eine Menge um Exporte herumgearbeitet. Und wir haben schon 2016 in Deutschland eine GmbH gegründet. Die sitzt da also im Moment erstmal als wartend. Aber wir bereiten uns eben, oder wir bereiten uns darauf vor, dass wenn es zu einem richtigen harten Brexit kommt, wir auch die Produktion dann nach Deutschland verschieben müssten. Aber das wäre eine wirklich eine Entscheidung, die wir ganz ungern treffen würden, denn damit entsteht dann natürlich auch das Problem unserer Arbeitnehmerschaft. Und ich weiß, dass viele unserer Partner, mit denen wir zusammenarbeiten in England, dass die alle erstmal nur sitzen und warten. Denn keiner möchte diese wirklich harten Entscheidung jetzt treffen wollen. Alle warten erstmal nochmal so ein bisschen ab, was passiert denn, sich lokal zu verändern. Also dann eine Fabrik irgendwo auf dem europäischen Festland aufzuziehen. Das ist natürlich auch äußerst schwierig. Und natürlich wäre unsere Lieblingsposition, dass wir in der EU bleiben und dass wir weitermachen können wie bisher. Aber beschreiben Sie doch mal ganz konkret, also wenn Sie sagen, Sie überlegen umzuziehen. Machen Sie doch mal unseren Hörern klar, was das für ein Unternehmen bedeuten würde, wenn es einen harten Brexit gäbe. Was wären das konkret jeden Tag morgens, wenn Sie aufstehen, für Probleme? Naja, also es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, so gehe ich mal davon aus, mit Agenturen oder dass man eben so eine Shell Company auf dem Festland hat. Aber langfristig würde das bedeuten, dass unsere Fabrik, und wir haben eine Fabrik, das ist eine große Halle, mit Leuten, die da angestellt sind und die natürlich auch in ihren Kommunen verwirzelt sind. Wir müssen das alles in Deutschland aufziehen. Warum? Und ob unsere Arbeitnehmer eben mit uns nach Deutschland gehen würden, abgesehen mal davon, dass wir uns in irgendeiner Form dann in Deutschland ein Zuhause finden müssen. Und ich bin ja Parlamentarier in London, also unsere Familie würde damit natürlich auch in große Schwierigkeiten kommen, wobei unsere Kinder nicht mehr zu Hause sind. Aber warum müssen Sie nach Deutschland gehen? Warum können Sie nicht da bleiben und sagen, ja gut, dann zahlen wir ein paar Zölle und so? Warum ist das so ein Problem? Naja, weil es geht eben immer um die sogenannten Profit Margins, also ab welchem Punkt dann so Firmen überleben können, einfach wirtschaftlich überleben können, weil eben die Profite, das geht dann ja wirklich in die Einnahmen. Warum? Weil sich dann Kosten erhöhen, die wir bisher nicht haben. Okay, weil man könnte ja sagen, es ist ja nicht verboten, in die EU zu liefern. Sie können es ja trotzdem machen. Es ist nur teurer, Sie müssen halt Zölle zahlen. Ja eben, es ist teurer, aber in dem Moment fangen dann eben viele Firmen an, darüber nachzudenken, ob es dann eben Sinn macht, weiterhin in Großbritannien ansässig zu sein. Also ich habe innerhalb des Brexit-Ausschusses, haben wir natürlich mit vielen, vielen Unternehmen gesprochen. Und es geht ja auch vor allen Dingen um diesen ganzen bürokratischen Aufwand. Also größere Firmen, wir sind eine kleine Firma, aber größere Firmen müssen dann ganz neue Leute einstellen, um die ganze Paperwork zu machen, also die ganzen bürokratischen Anforderungen. Das wird einfach alles viel komplizierter. Und dann geht es um Lieferdaten. Also viele Firmen sind schon davon abhängig, dass es eben keine Wartezeiten an der Grenze gibt. Und wenn denn die Wartezeiten an der Grenze sich erhöhen, denn das hat dann einen Einfluss auf die Produktion. Und wenn alles das dann einfach langsamer wird, wenn es sich verkompliziert, wenn der technische Ablauf vom einen nach dem anderen, und das heißt ja in England Just-in-Time-Deliveries, wenn die dann plötzlich nicht mehr garantiert werden können, dann überlegen sich viele Firmen eben, ob es Sinn macht, ihre Fabriken in Großbritannien zu haben, anstatt eben auf dem Festland aufzuziehen. Und Sie persönlich, überlegen Sie wieder nach Deutschland zu ziehen, falls es doch irgendeine Form von Brexit geben sollte? Dies ist meine Heimat. Ich liebe England. Ich würde, das wäre mein allerletzter Schritt. Und wie gesagt, ich könnte dann ja auch meine Arbeit im Parlament gar nicht fortsetzen. Also für mich kommt es im Moment, solange ich Abgeordnete im britischen Unterhaus bin, kommt es überhaupt nicht in Frage, dass ich nach Deutschland zurückziele. Und mein Herz ist auch in England. Ich lebe hier. Das ist meine Heimat. Meine Kinder sind hier. Ich habe natürlich nach wie vor Freunde in Deutschland. Mein Bruder und meine Schwester leben nach wie vor in Deutschland. Aber für mich wäre das ein ganz tragischer Schritt. Ich möchte bis zum allerletzten hier in England bleiben. Und ich denke mir mal, das ist natürlich auch der Fall für viele Großbriten. Also da gibt es jetzt nicht einen massiven Exodus. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele junge Menschen, besonders wenn hier die Arbeitsverhältnisse immer schwieriger werden, dass die dann doch darüber nachdenken, irgendwo in Europa Arbeit zu finden. Wir waren vor einem Jahr in Griechenland und wir sind Freunde geworden mit einer Familie da. Und die jungen Menschen in Griechenland, die sind weg aus Griechenland und die Familien sind traurig, weil eben in Griechenland es keine Arbeit gibt. Hoffentlich wird es in Griechenland jetzt wieder besser. Aber so stelle ich mir England vor, dass die jungen Menschen einfach weggehen. Und für alte Menschen wird es schwierig, denn in der ganzen Sozialarbeit haben wir viele, viele Europäer angestellt. Wenn die nicht kommen, dann sieht das hier ganz finster aus. Besonders für unseren National Health Service, also das Gesundheitswesen, ist ganz abhängig von europäischer Migration. Und letztlich kommen die Leute dann von weiter her. Aber das wird auch wieder teurer. Also ich habe hier gesprochen mit dem Manager unseres Krankenhauses. Für all diese Organisationen wird es immer, wird es teurer und teurer, wenn wir diesen Brexit machen. Denn Leute von weiter her zu holen, kostet jede Organisation mehr Geld und wir brauchen Migration. Ganz herzlichen Dank. Das war im Interview mit der Lage der Nationen Vera Hophaus. Sie ist Mitglied des britischen Unterhauses, des britischen Parlaments und auch Mitglied dort im Brexit-Ausschuss. Vielen Dank, dass Sie in der Lage der Nationen zu Gast waren. Gerne. Die Situation in Frankreich, die hat sich am Dienstag sehr, sehr unerfreulich zugespitzt. Nach diesen Gelbwesten-Protesten, die ja schon sehr gewaltgeschwängert waren, über die wir ja auch ausführlich berichtet haben, hat es nun einen Attentat mit Toten gegeben. Und zwar hat sich das so zugetragen, dass am Dienstag die Polizei eine Wohnung gestürmt hat. Wie wird der eigentlich ausgesprochen? Scherif Shekat gehörte die Wohnung in Straßburg. Und zwar ermittelte die Polizei gegen Scherif Shekat wegen einer versuchten Tötung während eines Raubüberfalls im August. Scherif Shekat konnte fliehen. In seiner Wohnung fanden Ermittler aber eine Langwaffe, Kaliber 22 und eine Granate und mehrere Jagdmesser. Und dann ist Scherif Shekat offensichtlich in Straßburg durch die Gegend gelaufen und war dann am Dienstagabend auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt, wo er dann geschrien haben soll, Allah, u Akbar, Gott ist groß. Er schoss also mit einer Pistole und stoch mit einem Messer zu und tötete vier Menschen und verletzte zwölf, einige davon sehr schwer. Und dann konnte er offensichtlich fliehen. Er war lange verschwunden, zwei Tage um genau zu sein. Muss man sich mal vorstellen, um diese Szene sich so ein bisschen vor Augen zu fühlen. Dieser Straßburger Weihnachtsmarkt, das ist so eine Art Nationalheiligtum in Frankreich. Also Frankreich ist ja eigentlich nicht gerade das Land der Weihnachtsmärkte, aber Straßburg, auch so ein bisschen durch die Prägung vielleicht von der anderen Seite des Rheins, ist eben tatsächlich wahnsinnig stolz auf diesen Jahrmarkt. Das ist, soweit ich das überblicke, oder Weihnachtsmarkt ist auch der größte in Frankreich, gibt es seit vielen Jahrzehnten. Und das ist also jetzt nicht ganz so, als wenn man den Eiffelturm angreifen würde, aber für die Franzosen ist dieser Weihnachtsmarkt schon sehr emotional besetzt. Nicht umsonst gab es ja vor knapp 20 Jahren auch schon mal den Versuch eines Attentats, damals, wenn ich es richtig erinnere, mit einer Bombe. Das konnte damals verhindert werden, wie gesagt, jetzt ist es nicht verhindert worden, konnte es nicht verhindert werden, aber bizarrerweise konnte dieser Attentäter fliehen und sich tatsächlich zwei Tage verstecken. Die französische Polizei hat dann mit 600 Leuten nach ihm gesucht in Straßburg, auch die deutschen Behörden wurden eingebunden. Die Grenzen waren dicht. Die Grenzen waren dicht, zeitweilig. Aber am Donnerstagabend tatsächlich hat ihn die Polizei dann gefangen. Genau, eine Passantin hat sich bei der Polizei gemeldet, weil sie von einem Mann angesprochen worden war, der dem Gesuchten offenbar sehr ähnlich sah. Die Polizei patrouillierte dann da noch verstärkt in der Gegend des Elternhauses oder des Hauses, in dem die Mutter des Gesuchten wohnt, im Straßburger Vorort Neudorf. Und die Polizei sieht dann den Mann, will ihn verhaften, der fängt angeblich sofort an zu schießen, trifft aber nicht und wird dann von den Polizisten erschossen. Wer ist denn dieser Mutmaßliche, muss man ja sagen. Also er ist offensichtlich der Gesuchte, aber war ja nicht verurteilt und deswegen mutmaßlicher Täter, Scherif Schick hat. Ja, 29 Jahre alt, in Frankreich geboren, in Frankreich auch aufgewachsen, also eigentlich ein Franzose, hat aber auf der anderen Seite einen algerischen Migrationshintergrund von seinen Eltern. Die Familie stammt also ursprünglich aus Nordafrika, hat ehrlich gesagt so eine ganz klassische Karriere für einen, sagen wir mal, in Frankreich radikalisierten Homegrown Terrorist. War ein schlechter Schüler, hat nach dem Abschluss keinen Lehrplatz gefunden, war also seit 2011 arbeitslos, hat dann so von Gelegenheitsjobs gelebt und natürlich auch von kleiner und mittlerer Kriminalität. 27 Mal wurde er inzwischen verurteilt, das erste Mal mit 13, hat in ganz Europa Einbrüche begangen. Also mit anderen Worten, wahrlich kein Sympathieträger und dieser Mann soll sich dann eben im Gefängnis radikalisiert haben und das finde ich ist das Interessante daran. Es ist also jetzt nicht irgendwie ein seit längerem treugläubiger Moslem, sondern ganz im Gegenteil, das ist im Wesentlichen ein krimineller Loser, ein Berufskrimineller, der dann in der Haft irgendwie zum Islam gefunden hat und seiner quasi sowieso vorhandenen Kriminalität jetzt noch so ein neues Etikett aufgeklebt hat. Und das ist ja ganz typisch, Psychologen erklären das dann immer so, naja, diese Menschen sind eben eigentlich totale Loser und erfahren in ihrem Leben eigentlich nur Demütigungen. Das ist also in Psychologenthermologie eine Serie von schweren narzisstischen Kränkungen. Also das Selbstbild wird von außen nicht gerade bestärkt und diese Menschen versuchen dann ihrem Leben einen Sinn zu geben, indem sie sich zum radikalen Islam bekennen. Aber dass das jetzt tatsächlich der Islam ist, ist mehr oder weniger zufällig. Ja, das könnte auch irgendeine andere radikale Haltung sein, irgendeine andere radikale Einstellung. Hauptsache der eigenen als letztlich sinnlos wahrgenommenen Existenz wird wieder irgendeine Form von Sinn gegeben. Und diesen Sinn finden jetzt eben viele Loser gerade in Frankreich darin, sich zu radikalisieren und dann Attentate im Namen des Islam zu begehen. Ja, also ich finde ja Loser immer so ein bisschen despektierlich. Also das sind halt, ich meine, dass der in problematischen Verhältnissen aufgewachsen ist, ist klar. Ja, und der ISS, also der ISS hat sich auf einer Webseite jetzt, sagen wir mal, ich will nicht sagen dazu bekannt, aber er hat ihn zumindest für sich vereinnahmt. Wieder auch interessant, er war natürlich den Behörden bekannt durch diese ganzen Verhaftungen und Verurteilungen. Er war in der französischen Gefährderdatei aufgeführt 2016, seit 2016 war er zur verdeckten Kontrolle, wie das hieß, ausgeschrieben. Die baden-württembergischen Behörden, die hatten ihn im Frühjahr 2017 nach Frankreich abgeschoben, verbunden mit einer zehnjährigen Einreisesperre nach Deutschland, eben wegen dieser ganzen Verurteilungen und Einbrüche. Und du hast es gesagt, Peter Neumann, so ein Politikwissenschaftler vom King's College, der sagte auch dem Spiegel, genau das, was du eben gezeichnet hast, dieses Bild, dass solche Leute eben leichte Opfer sind für IS. Gewaltgewohnt, ja, bereit, aber auch gewaltgewohnt, eben psychisch labil, suchen halt. Und da ist halt so eine Terrortruppe wie der IS, wie eine neue Gang, ja, und Peter Neumann hat halt gesagt, kommt zu uns, ist so der Tenor, ihr könnt so bleiben, wie ihr seid. Es gibt kein Limit und als Belohnung gibt es am Ende sogar noch das Paradies dazu. Genau. Nein, wichtig war mir im Grunde, also dieser Begriff Loser, der ist mir jetzt überhaupt nicht wichtig, der war jetzt im Wesentlichen eine Art Kurzbezeichnung dafür, dass er nach gesellschaftlichen Maßstäben jetzt kein besonders erfolgreiches Leben geführt hat, ja, um es mal etwas positiver oder etwas diplomatischer zu formulieren. Mir war eigentlich nur der Punkt wichtig, dass der Islam jetzt nicht etwa der Auslöser dieser Straftat ist, sondern das sind Menschen, die sowieso kriminell sind und die dann einfach ihrer kriminellen und gesellschaftlich randständigen Existenz mit der Berufung auf den Islam irgendeinen Sinn zu verleihen versuchen. Und das ist mir deswegen so wichtig, weil ja aus rechtsradikalen Kreisen oder migrationsfeindlichen Kreisen sehr häufig die These vertreten wird, der Islam ist an allem schuld, der Islam bringt Menschen dazu Terroranschläge zu begehen. Und jedenfalls für diese ganz typische Biografie des Attentäters von Straßburg ist das ganz offensichtlich nicht der Fall. Und ich denke, also es ist offensichtlich, dass solche Forderungen wie kriminelle Ausländer schneller abschieben etc. hier völlig fehl gehen. Die ganzen Attentäter seit 9-11 sind mehr oder weniger. Homegrown. Homegrown in diesem Profil, ja, aus schwierigen sozialen Verhältnissen, früher schon kriminell gewesen etc. Und das Ganze denke ich ist, und dafür steht dieser Fall exemplarisch, ist ein soziales Problem. Ganz genau, das ist der Punkt. Man muss, man muss speziell in Gefängnissen und das fordert Peter Neumann ja auch, die Präventionsarbeit ausbauen. Er sagt gerade in Frankreich sei das vernachlässigt worden, in Deutschland sei das ein bisschen besser. Aber auch da sagt er, braucht man sozusagen, um dieses geistige Vakuum zu füllen, sagen wir mal auch moderate muslimische Imame, Imame, die in den Gefängnissen arbeiten und in Gespräch sind mit Inhaftierten. Also ich denke, da muss man ansetzen. Das ist natürlich langwierig, aber es ist in erster Linie ein soziales Problem. Das ist absolut ein soziales Problem und es ist in der Tat auch ein Problem des Strafvollzuges. Philipp, du hast es gerade schon angesprochen, natürlich. Also ich will jetzt nichts gegen Islam im Vollzug sagen. Imame. Du sagst Islam. Achso, pardon, Imame meine ich natürlich. Pardon, ja, ich will nichts gegen Imame im Vollzug sagen, aber wie du schon sagst, Philipp, es ist vor allem ein soziales Problem und das erstreckt sich natürlich auch auf die Ausgestaltung des Strafvollzuges. Es gibt momentan ja so einen Zeitgeist, der in die Richtung geht, Hauptsache hart draufkloppen, Hauptsache lang und möglichst unangenehm einsperren. Manche Leute polemisieren gar gegen einen Hotelstrafvollzug, aber dieser Fall zeigt wieder, dass das unglaublich dumm ist, wenn man den Strafvollzug möglichst hart und möglichst lang ausgestaltet, denn natürlich müssen Menschen bestraft werden in bestimmten Situationen, aber die Ausgestaltung dieses Strafvollzuges sollte doch vor allem in den Blick nehmen, dass diese Menschen bitteschön keine neuen Straftaten begehen, wenn sie wieder rauskommen. Das ist das oberste Interesse. Das müsste, das müsste, Philipp, das oberste Interesse sein. Der Zeitgeist geht aber gerade dahin, dass es einfach im Knast möglichst ätzend sein muss und das ist einfach nur noch dumm, denn das führt dazu, dass Menschen genauso wie er jetzt hier aus dem Gefängnis rauskommen und dann hinterher gleich die nächste Straftat begehen, weil sie gesellschaftlich keinen Halt haben. Der Strafvollzug müsste auf das eine große Ziel ausgerichtet sein, nicht möglichst ätzend zu sein, sondern die Menschen möglichst gut darauf vorzubereiten, in der Gesellschaft ohne Straftaten zu leben. Und das passiert heute eben nicht in jedem Fall. Also ich kenne das aus meiner beruflichen Praxis halt so, dass es extrem unterschiedlich ist. Es gibt Menschen, die im Gefängnis geradezu geläutert werden, das muss man auch sagen. Es gibt viele Vollzugskarrieren, gerade auch in Berlin habe ich das erlebt, die sehr erfolgreich sind, wo Menschen Ausbildung machen, Schule, Arbeitsplatz bekommen, gerade so aus dem offenen Vollzug heraus und dann auch quasi sauber bleiben hinterher. Ja, aber unter diesen Bedingungen, dass sie eine Ausbildung haben, dass sie eine Perspektive kriegen. Bekommen sie dann ja. Ja, bekommen, dass sie bekommen und dass sie eine Perspektive kriegen, wenn sie rausgehen und nicht einfach rausgesetzt werden und sagen so, sie zu, wie sie klarkommt. Genau, das ist nämlich das Gegenteil. Dann liegt bei den alten Freunden und dann geht alles wieder von vorne los. Ja, da hatte ich also vor Jahren einen besonders tragischen Fall, wo jemand eben nach vielen, vielen Jahren aus der Haft entlassen worden ist, waren so etwa 20 Jahre, ohne jede Vorbereitung und mit ein paar Cent in der Tasche stand er dann auf dem Bürgersteig vor dem Gefängnis und der hat dann innerhalb der nächsten Monate in der Tat zwei Menschen ermordet, nicht? Und zwar aus Habgier, ja? Also das muss man sich einfach mal klar machen, welche Verantwortung auch der Strafvollzug trägt. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Strafvollzug unmittelbar für diese Morde verantwortlich ist. Natürlich bleibt der Täter verantwortlich. Das bedeutet aber nicht, dass es der Vollzug nicht eben jedenfalls leichter gemacht hat oder jedenfalls ihm mit so schlechten Startchancen wieder auf die Straße gesetzt hat. Insofern, das ist natürlich ein Extremfall, aber der Fall, den wir jetzt hier aus Frankreich berichten können, der zeigt auch, der Strafvollzug ist der Schlüssel dazu, ob Menschen, wenn sie wieder rauskommen, Straftäter werden oder nicht. Und deswegen da, wie gesagt, harter Strafvollzug ist aus meiner Sicht das Dümmste, was man machen kann als Gesellschaft, weil das einfach nur dazu führt, dass die Menschen draußen kein Deut besser sind. Ich glaube, das ist ja auch durch Studien zumindest in Zweifel gezogen, ob höhere Strafen und Abschreckungen wirklich dazu führen, dass Kriminalität sinkt, wenn nicht sogar das Gegenteil nach. Das ist inzwischen ziemlich deutlich belegt. Also die kriminologische Forschung geht davon aus, dass für die abschreckende Wirkung vor allem die Geschwindigkeit einer Verurteilung wichtig ist. Also die Strafe muss auf dem Fuße folgen, wie das immer so schön heißt. Die Länge der Strafe hingegen hat praktisch keine Auswirkungen auf die Prävention. Also das ist kriminologisch gesicherter Forschungsstand. Also das insofern ist länger Strafen gegen Kriminalität schlicht und ergreifend Geldverschwendung. Nochmal, wir hatten ja letzte Woche die Geldwesten und Ulrike Gero hier im Interview. Das hat euch erfreulich gut gefallen, wenn man dem Feedback trauen kann, was hier bei uns aufliegt. Das Feedback war toll, also ganz herzlichen Dank für diese vielen, vielen positiven Stimmen. Das ermutigt uns natürlich weiterzumachen mit der Lage und uns weiterhin so zu bemühen, möglichst spannende Gäste zu finden für die Lage. Also das war wirklich ganz toll. Genau, und dann haben wir abschließend noch einen Film-Tipp. Ganz genau. Wir haben ja mit Ulrike Gero in der vergangenen Woche lange darüber gesprochen, wie das denn eigentlich kommt, dass es in Frankreich so viele frustrierte, unzufriedene Menschen gibt, wo diese sozialen Spannungen eigentlich herkommen. Und genau dazu passt ein Film, den ich in den letzten Tagen gesehen habe, auf dem Portal MUBI. Also M-U-B-I, das ist so eine Art Netflix für Autorenfilme, wenn man so will. Also Netflix für besonders gute Qualitätsfilme. Und auf MUBI gibt es einen Film namens Der Wert des Menschen. Originaltitel The Measure of a Man. Wir stellen den Link mal in die Shownotes. Da muss man sich anmelden. Also MUBI ist ein Bezahlportal. Aber es gibt auch so, man kann zum Beispiel mit iOS ein paar Tage ein Schnupper-Abo abschließen. Also wenn ihr wollt, könnt ihr diesen Film kostenlos gucken. Jedenfalls mit iOS. Ich weiß nicht, ob das auch geht, wenn man sich über die Website anmeldet. Das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall, man kann diesen Film bei MUBI sehen. Und der erklärt, denke ich, nochmal sehr schön die soziale Welt, aus der viele Gelbwesten kommen. Insofern wollten wir euch das nicht vorenthalten, weil es so schön passt zu diesem Thema. So, wir haben ja schon mal gesprochen über diese unerfreuliche Strafbarkeit von Werbung in Anführungszeichen für Abtreibung. Ja, ganz genau. Und also das bedeutet, dass letztlich ja viele Ärzte oder Ärzte Gefahr laufen, eine Straftat zu begehen, wenn sie wie dezent auch immer darauf hinweisen, dass sie ja auch Abtreibungen machen. Und in dieser Woche hat es da eine Änderung gegeben. Ja, ganz genau. Vielleicht noch ganz kurz zum Hintergrund. Wie ist eigentlich die Rechtslage rund um Abtreibungen? Das ist ja ein bisschen kompliziert, deswegen kann man das eigentlich gar nicht oft genug zusammenfassen. Abtreibungen sind nach deutschem Recht fast immer rechtswidrig, das muss man wissen. Aber unter bestimmten Voraussetzungen straffrei. Das ist eine ganz außergewöhnliche rechtsdogmatische Konstruktion. Rechtswidrig, aber trotzdem straffrei, weil sie nämlich nicht tatbestandsmäßig sind. Das hat sich ausnahmsweise mal nicht der Gesetzgeber einfallen lassen. Das war eine Kompromissentscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus den 90er Jahren. Mit anderen Worten, also Abtreibungen selbst bleiben unter bestimmten Voraussetzungen straffrei. Die wichtigste Voraussetzung ist die Beratung vorher. Trotzdem, trotz dieser Straffreiheit der Abtreibung selber, dürfen Ärztinnen und Ärzte nicht darüber informieren, dass sie bereit sind, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. Das stellt nämlich Paragraf 219a des Strafgesetzbuchs unter Strafe. Nach der Überschrift heißt diese Norm Werbeverbot, Philipp hat es gesagt. Aber es geht eben gar nicht um Werbung, sondern der Paragraf erfasst auch sachliche Informationen, sofern man mit Abtreibung Geld einnimmt, was natürlich bei Ärztinnen und Ärzten der Fall ist. Genau, die Kritik ist jetzt natürlich, dass das ein Maulkorb für Ärztinnen und Ärzte ist. Denn, ja, also nicht mal sachlich informieren zu können. Also es besteht ja immer noch einen grüßen Unterschied, ob du jetzt in der Stadt plakatierst, Abtreibung geil, mach ich, oder ob du auf deiner Webseite unter Mammografie auch Abtreibung am Spiegelstrich auflistest. Und eigentlich wollen alle Parteien das ändern. Fast. Ja, Grüne, Linke, FDP und SPD wollen das ändern. Nur die Union. Genau. Zumindest gespalten, was das angeht. Und wohl mehrheitlich noch für das sogenannte Werbeverbot in Paragraf 219a des Strafgesetzbuchs, wobei man sagen muss, also jedenfalls für Ärztinnen und Ärzte braucht man das nicht. Denn für die gilt ja auch noch das ärztliche Standesrecht. Das sind quasi so die Wohlverhaltensregeln für Ärztinnen und Ärzte. Und auch die verbieten also schon reißerische Werbung. Man darf als Arzt nicht einfach sagen, ich bin der beste Chirurg oder sowas in der Richtung. Wenn es wirklich um reißerische Werbung ginge, dann wäre der 219a völlig nutzlos, weil es das ohnehin schon verboten ist. Die SPD hatte ja vor der GroKo schon einen Gesetzentwurf eingebracht in den Bundestag, der den Paragraf abschaffen sollte oder ändern sollte? Ich meine, es sollte abgeschafft werden. Und das hat dann Andrea Nahles aber wieder zurückgezogen. Ja. Einfach wahrscheinlich als nette Geste gegenüber der Union. Ja, das hat auch irgendwie keiner verstanden, wieso Andrea Nahles da wieder umgefallen ist. Denn es gab da noch nicht mal irgendwie so eine Adil. Die Union hat irgendwie gesagt, oh, das wäre doch total schön, wenn ihr diesen Gesetzentwurf wieder zurücknehmen könnt. Und Andrea so, ja gut, Andrea, so gut, Angela, wenn du das netter findest, dann nehmen wir das doch mal zurück. Warum auch eigentlich nicht? Also da haben sich damals schon sehr viele aufgeregt, wieso Andrea Nahles völlig ohne jeden Grund das zurückgenommen hat, einfach nur um mit der Union zu kuscheln. Jedenfalls seitdem gibt es in der GroKo Streit. Denn eigentlich will die SPD ja diese Abschaffung des 219a, aber eben nur im Einklang mit der Union. Und die ziert sich. Genau. Und jetzt hat es also einen Krisengipfel gegeben vor zwei Tagen. Und da hieß es, wir haben einen Kompromiss gefunden. Genau. Das klingt doch erstmal ganz gut. Klingt immer super. Und dann fängt man an, so ein bisschen zu recherchieren. Zunächst mal wurde zu den Ergebnissen dieses Kompromisses überhaupt nichts gesagt. Dann wird man noch skeptischer. Inzwischen gibt es aber eine anderthalbseitige PDF-Datei, wo so ein paar Eckpunkte drinstehen. Wo aber im Grunde, wie das immer so ist, noch vieles unklar bleibt. Und so richtig zum Schwur kommt es ja immer erst, wenn der Gesetzentwurf auf dem Tisch liegt. Und hast du die PDF in Slack gepackt, dass wir die verlinken? Ja, das mache ich. Da gibt es irgendwo einen Link, den kann ich auch noch nachtragen. Auf jeden Fall soll dieser Kompromiss bedeuten, dass neutrale, medizinisch und rechtlich qualitätsgesicherte Informationen von staatlicher Seite zur Verfügung gestellt werden soll. Mit anderen Worten, nicht nur die Ärztinnen und Ärzte oder die Leute, die es bisher so gibt, sollen über Abtreibung informieren, sondern da sollen auch noch staatliche Stellen damit beauftragt werden. Da soll ein gesetzlicher Auftrag geschaffen werden. Und dann ist sich die Koalition jetzt darüber einig, dass Ärztinnen und Ärzte gefunden werden sollen. Wenn also eine Frau tatsächlich sich entschieden hat, dass sie eine Abtreibung vornehmen möchte, dann soll sie nicht mehr suchen müssen, wer denn einen solchen Eingriff tatsächlich ausführt. Und auch dazu wiederum sollen staatliche oder halbstaatliche Stellen zum Einsatz kommen, nämlich die Bundesärztekammer und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sollen solche Kontaktinformationen zur Verfügung stellen. Also staatliche Informationen über Abtreibung generell, staatliche Informationen darüber, wer solche Abtreibungen durchführt. Aber dann letzter Punkt, auch Ärztinnen und Ärzte sollen irgendwie darüber informieren dürfen, dass sie Abtreibungen durchführen. Aber sie sollen nicht werben dürfen. Und da wird es dann... Da haben wir doch jetzt. Das haben wir jetzt schon. Das haben wir jetzt schon. Ja gut, jetzt momentan dürfen sie ja gar nicht informieren. Bislang dürfen sie gar nichts. Dann sollen sie informieren, aber nicht werben dürfen. Da bin ich schon mal sehr gespannt auf die Formulierung in dem entsprechenden Gesetzentwurf. Der wiederum soll schon im Januar 2019 stehen. Das dürfte wohl in die Kompetenz der noch Justizministerin Katharina Barley fallen. Ich bin sehr gespannt auf den Gesetzentwurf dazu. Was denkst du darüber, Philipp? Klingt das nach einer Lösung für dich? Naja, also wenn ich das höre, die Funktion staatlicher Stellen dabei finde ich in Ordnung. Das klingt erstmal plausibel, dass Frauen da nicht alleine gelassen werden und im Regen stehen gelassen werden, sondern dass es zumindest den Versuch gibt, über Abtreibungen sachlich zu informieren von staatlicher Stelle und dass Frauen dort auch die Möglichkeit haben, Ärzte, Ärztinnen zu finden, die das machen. Warum das Ärzten dann aber trotzdem, naja, also ihnen ist es erlaubt, das zu erwähnen, dass sie das tun, aber sie dürfen nicht werben. Da ist nur die Frage, wie grenzt man das ab? Und ist das wirklich mehr Rechtssicherheit? Genau, das ist die entscheidende Frage. Weil wenn ich Arzt bin oder Ärztin bin, wie stelle ich wirklich sicher, dass ich informiere, ich mache Abtreibungen, aber auch gleichzeitig sicher gehen kann, dass nicht Lebensschützer um die Ecke kommen und mich verklagen vor den Cardizern. Genau, und genau das passiert ja ständig, wobei man sagen muss, die Lebensschützer verklagen die Ärztinnen und Ärzte nicht, sie zeigen sie an und die, ich sage jetzt mal, die Drecksarbeit machen dann die Staatsanwaltschaften. Weil es eine Straftat ist. Genau, weil es eine Straftat ist und insofern… Soll das eine Straftat bleiben? Ja, das ist das Problem. Also, wie gesagt, dieser Kompromiss ist eben nur so ein politisches Papier, kein rechtliches Papier, kein Gesetzentwurf. Aber so wie das da klingt, wird der Paragraf 219a des Strafgesetzbuchs prinzipiell beibehalten. Er soll dann irgendwie so modifiziert werden, dass Ärzte informieren können und Ärztinnen natürlich auch, aber weiterhin nicht werben können. Da kann man sich die Frage stellen, wie diese feine Linie gezogen werden soll und vor allem, wie das, du hast das Schlagwort schon gemacht, Philipp, wie das so formuliert werden soll, dass hinterher auch Rechtssicherheit herrscht. Denn man will ja nicht wegen jeder Formulierung auf seiner Homepage vorher zum Anwalt oder schlimmer noch mit dem Staatsanwalt verhandeln. Also, das Entscheidende wird aus meiner Sicht sein, eine Formulierung zu finden, die so eindeutig ist, dass in Zukunft die Staatsanwaltschaften die Anzeigen von wild gewordenen Lebensschützern mit einem Federstrich beerdigen können. Kann man denn im Gesetz nicht einen Satz, zwei Sätze formulieren, die erlaubt sind? Also, oder ist das zu konkret? Nö, dass man sagt, Ärzte dürfen mit dem Hinweis, oder dass man wie so ein Nahrungsmittellogo oder sowas entwirft in der Verordnung oder so. Das ist natürlich möglich. Dieses Banner darf man sich auf die Webseite kleben, nicht größer als. Das könnte man natürlich machen, ja. Oder eine Formulierung. Oder eine Formulierung. Und dann wissen alle, okay, das kann ich nehmen. Denn das Bestreben vieler Ärztinnen und Ärzte ist ja gar nicht zu werben. Die wollen ja das wahrscheinlich gar nicht auf die Hauswand tapezieren, sondern die wollen halt darauf hinweisen. Und wenn sie da eine Formulierung haben, die rechtssicher ist, oder ein Banner. Also, das ist, finde ich, eine recht pragmatische Idee. Man muss, glaube ich, im Hintergrund auch noch haben, dass man mit Abtreibung ja normalerweise kein Geld verdienen kann. Das heißt also, jedenfalls die Ärztin, mit denen ich gesprochen habe, unter anderem Christina Händel, ist ja eine bekannte Aktivistin in dem Bereich, die auch schon selber verurteilt worden ist. Wo jetzt das Verfahren aber noch läuft, zur Zeit vor dem Oberlandesgericht in der Revision. Die wird nämlich auch von der Gesellschaft für Freiheitsrechte unterstützt. Deswegen kenne ich den Fall so ein bisschen. Und da ist es zum Beispiel so, dass die damit jetzt kein Plus macht, sondern die führt diese Eingriffe aus Überzeugung durch, weil sie sagt, Frauen sollen diese Wahlfreiheit haben, ob sie eine Abtreibung vornehmen lassen wollen oder nicht. Aber damit kann man kein Geld verdienen. Also, das ist halt für die Ärztinnen und Ärzte in der Regel eher ein Zuschussgeschäft. Und schon insofern kann man an dieser Formulierung zweifeln mit dem wirtschaftlichen Vorteil. Aber gut, wir warten auf den Gesetzentwurf und werden uns dann nochmal darüber beugen. Ich war ja so in der einen oder anderen Bananenrepublik. Und wenn man sich auch überlegt und das so die gesellschaftlichen Verhältnisse da anschaut und auch mit Kollegen spricht, dann zieht sich ein Muster durch Staaten, die eine eingeschränkte Pressefreiheit haben. Und man fragt, dann redet man mit den Kollegen und ja, warum habt ihr denn Angst und wofür fürchtet ihr euch? Und das Muster ist immer, sie gehen ihrer Arbeit nach und laufen immer Gefahr, verklagt zu werden und vor Gericht zu zerrt zu werden für das, was man eigentlich unter journalistischer Kernarbeit verstehen würde. Und da werden dann manchmal Steuergesetze herangezogen, irgendwelche fachfremden Dinger, die dann benutzt werden, um Journalisten Angst einzujagen. Und als ich diese Woche diese Meldung gelesen habe über Korrektiv und den Chefredakteur Oliver Schröhm, da musste ich ehrlich gesagt daran denken, an Methoden aus Staaten, aus autoritären Staaten, die Journalisten einschüchtern wollen. Worum geht's? Ja, das ist wirklich eine ganz traurige Geschichte. Wir müssen euch berichten von mehreren Ermittlungen der Justiz, die alle mit Whistleblowing zu tun haben. Philipp hat gerade schon den Fall Korrektiv angesprochen. Korrektiv ist ja so ein gemeinnütziges Recherche-Institut. Nütziger Meinnütziger? Ich meine, er will nicht ganz klar, auf jeden Fall ein Recherche-Institut, das für die Allgemeinheit Informationen aufdecken will. Deswegen hat Korrektiv zum Beispiel mit 18 anderen Medienpartnern gemeinsam diesen Cum-Ex-Skandal aufgedeckt vor einiger Zeit. Wir haben davon in der Lage auch schon berichtet, es geht im Wesentlichen um Steuertricks, deren Zulässigkeit, deren Legalität zumindest hoch umstritten ist. Die aber dazu geführt haben, dass den Staaten Europas unfassbare Summen, Milliardenbeträge entgangen sind an Steuern. Korrektiv sagt, es geht um mindestens 55 Milliarden Euro europaweit. Das ist also ein erheblicher Teil des Bundeshaushalts. Also wirklich unfassbare Summen. Und da würde man ja eigentlich denken, dass ein Medium wie Korrektiv mit anderen Medien gemeinsam das aufdeckt, das ist positiv zu bewerten. Damit haben sie sich um das Gemeinwohl verdient gemacht. Denn diese Steuerschlupflöcher sollten ja politisch auf jeden Fall geschlossen werden, wenn sie nicht sogar strafbar waren. Allerdings ermittelt jetzt auch die Staatsanwaltschaft Hamburg, aber nicht etwa ausschließlich gegen die beteiligten Banken oder die Einzelunternehmen. Die auch, muss man glaube ich sagen. Wann, dafür werden auch Ermittlungen gekült, aber eben nicht nur, sondern jetzt wird auch ermittelt gegen den Chefredakteur von Korrektiv, eben Oliver Ström. Ström. Ström, pardon. Ström und der Vorwurf hier, die Anstiftung zum Verrat von Geschäftsgeheimnissen. Und da kann man erstmal nur sagen, what, worum geht es denn hier? Naja, also der Verrat von Geschäftsgeheimnissen ist eine Straftat des Nebenstrafrechts. Paragraf 17 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb verbietet den Verrat von Geschäftsgeheimnissen. Und die Idee ist jetzt, dass der Herr Ström dadurch, dass er versucht hat, Quellen zu finden für seine Recherchen, möglicherweise einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen dazu aufgefordert hat, Geschäftsgeheimnisse zu verraten. Und das wiederum soll eine Anstiftung zum Verstoß gegen Paragraf 17 des UWG sein. So, und wenn das zum Standard wird, dann kannst du ja quasi gar nichts mehr machen. Denn Recherche insgesamt, aber investigative Recherche, so wie die das gemacht haben, involviert vielleicht nicht immer, aber ganz oft den Versuch, Informationen von Quellen zu kriegen aus privaten Unternehmen. Ja, jede Frage, die du einer Quelle stellst, ist ja der Sache nach der Versuch einer Anstiftung zum Verrat von Geschäftsgeheimnissen. Stell dir vor, Philipp, dich haut einer an. Herr Banse, ich habe da im Ministerium so und so oder im Unternehmen so und so, oder geht es richtig? Nehmen wir mal die Bahn, über die Bahn sprechen wir gleich auch. Stellen wir uns mal vor, bei der Bahn gäbe es einen Skandal. Völlig hypothetischer Fall, aber könnte ja mal sein. So, und dann ruft dich jemand an, sagt, Herr Banse, wir müssen reden. Du setzt dich mit dem irgendwie am Potsdamer Platz in eine Kneipe und der sitzt da mit Sonnenbrille und Schlapphut und fängt an zu erzählen, Herr Banse. Und der will nicht so richtig und ich sage, komm, also wenn, das ist eine Geschichte, aber dazu brauche ich hier den Beschluss von. Genau. Oder, das müssen Sie mir jetzt nochmal genauer erzählen. Und schwuppdiwupp hast du diesen Menschen aufgefordert, Geschäftsgeheimnis zu verraten. Und es findet, und das weiß ich halt nicht genau, also es ist ja eigentlich sogar gestattet unter ganz bestimmten Umständen, dass Journalisten Diebstahl begehen, dass sie etwas klauen, wenn es das höhere Gut des öffentlichen Interesses rechtfertigt. Ja, man kann ja auch Gespräche, Telefonate, darf man ja eigentlich nicht aufzeichnen, in absoluten Ausnahmefällen darf man es aber schon, wenn es eben ein eindeutig höheres Interesse der Öffentlichkeit an Aufdeckung dieser Sachverhalte gibt, wenn sie sich denn anders nicht aufklären lassen. So, findet diese Abwägung, diese Güterabwägung da statt? Ja, das ist eben genau der Punkt. Um das vielleicht ein bisschen deutlicher zu machen, nehmen wir noch einen zweiten Fall dazu, der im Grunde dieselben Fragen betrifft. Also zunächst mal, Korrektiv fordert natürlich jetzt in diesem Fall, die Strafverfolgung auf die Steuerräuber zu konzentrieren und eben die Ermittlungen gegen den Chefredakteur sofort einzustellen. Korrektiv sieht das als Angriff auf die Pressefreiheit. Und wie gesagt, um diese Frage, wie wendet man denn jetzt diesen 17 UWG richtig an, noch so ein bisschen plastischer zu machen, wollte ich noch einen zweiten Fall vorstellen, der auch in dieser Woche relevant geworden ist, aber noch nicht ganz so viel Presse bekommen hat. Nämlich der Fall von Hermann Theisen. Hermann Theisen ist ein Friedensaktivist und der sich schon seit vielen, vielen Jahren eben unter anderem gegen Waffenexporte engagiert. Und unter anderem verteilt er Flugblätter vor den Werkstoren von Firmen, die fragwürdige Waffengeschäfte machen. Also irgendwie Panzer exportieren, wo er zum Beispiel oder andere Waffen, wo er der Meinung ist, das könnte möglicherweise nicht ganz koscher gewesen sein. Und in diesen Flugblättern weist er darauf hin, dass es eben Vorwürfe gibt gegen das Unternehmen wegen illegalen Verhaltens. Stellt sich zum Beispiel vor das Werkstor von Kraus Maffei, so eine große Waffenschmiede in Deutschland. Und verteilt Flugblätter und in diesen Flugblättern heißt es unter anderem, informieren sie die Öffentlichkeit umfassend und rückhaltlos über die Hintergründe der in Rede stehenden, in Teilen illegalen Exportpraxis ihres Arbeitgebers. Das heißt, er sagt den Leuten, verratet Geheimnisse, aber nicht irgendwelche, sondern Geheimnisse über illegale Praktiken in dem Unternehmen. Und er fordert dann eben dazu auf, diese Sachen dann an die Presse zu geben. Was passiert? In drei Fällen hat das Hermann Theisen auch ein Ermittlungsverfahren eingebracht. Er ist vom Amtsgericht München zu 55 Tagessätzen Geldstrafe verurteilt worden. Das Amtsgericht hat sich noch nicht mal mit dem Inhalt des Flugblatts auseinandergesetzt. Ja, deswegen so viel zum Thema Bananenrepublik, finde ich unfassbar. Und jetzt gerade am Donnerstag, vor wenigen Tagen, ist er wieder vom Amtsgericht Kloppenburg verurteilt worden. Kloppenburg liegt in Nordwestdeutschland, ja, unweit von Oldenburg und hat da 15 Tagessätze wiederum wegen Anstiftung zum Verrat von Geschäftsgeheimnissen bekommen. Und da kann man wirklich nur sagen, aus meiner Sicht völlig, völlig unfassbar. Du hast nach der rechtlichen Bewertung gefragt. Weil das ist ja immer eine Güterabwägung, häufig. Aber wie ist es denn jetzt? Ja, also zunächst mal muss man natürlich in diesen 17 UWG, diesen Straftatbestand reinschauen, den die Mitarbeiter gegebenenfalls angeblich erfüllen würden. Man muss sich das ja so vorstellen, die Leute, gegen die jetzt ermittelt wird, den Chefredakteur von Korrektiv und Hermann Theisen, die sollen ja nicht selber Geschäftsgeheimnisse verraten haben, sondern sich dazu angestiftet haben. Aber wenn man anstiftet, dann braucht es erstmal eine rechtswidrige Haupttat. Und da müssen wir mal schauen, was der 17 UWG dazu sagt. Ich denke mal, wenn Mitarbeiter interner über illegale Praktiken weitergeben, dann ist das in aller Regel schon gar nicht strafbar. Denn Paragraph 17 des UWG, des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, setzt voraus, dass Mitarbeiter aus unlauteren Motiven handeln. Und dazu hat das Verwaltungsgericht in Freiburg schon mal gesagt, in Freiburg war es so, dass jemand Mitarbeiter motivieren wollte, zum Whistleblower zu werden, also quasi zum Informanten zu werden. Selbst wenn der Kläger tatsächlich die angesprochenen zur Preisgabe interner Daten motivieren sollte, meinen die Verwaltungsrichter in Freiburg, so hatte er wohl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Auge, deren Gewissen sie zu dieser Offenlegung zwingt und nicht solche, die zu Zwecken des Wettbewerbs aus Eigennutz zugunsten eines dritten oder in Schädigungsabsicht handeln würde. Also es kommt immer darauf an, warum verrät dann dieser Mitarbeiter die interner? Warum verrät er die Geschäftsgeheimnisse? Und da muss man sagen, naja, wenn es um illegale Praktiken des Unternehmens geht, dann wird es doch in aller Regel das Interesse sein, letztlich die Rechtsordnung zu schützen, indem er solche Straftaten oder sonstigen rechtswidrigen Taten innerhalb des Unternehmens aufdeckt. Mit anderen Worten, es dürfte schon an einer Straftat fehlen, zu der angestiftet werden könnte. Und damit sind diese Verfolgungen sowohl von dem Korrektiv-Chefredakteur als auch von Hermann Theisen aus meiner Sicht rechtlich höchst problematisch. Und welche Chancen haben jetzt diese Verfahren? Also das kann man natürlich von außen immer so ein bisschen schwer beurteilen. In dem Fall von Korrektiv kann ich gar nicht beurteilen, weil ich da die Akten nicht kenne. Im Fall von Hermann Theisen übernimmt jetzt also die Gesellschaft für Freiheitsrechte seine Unterstützung. Das muss man immer so als Transparenzmeister zusagen. Also ich bin natürlich an dem Fall direkt nicht beteiligt, weil ich ja einen Job habe. Aber die GFF, also eine Organisation, der ich vorstehe, unterstützt Hermann Theisen jetzt bei so einer Verteidigung. Wir haben da auch eine Soli-Kampagne gestartet für Hermann Theisen. Also falls jemand das unterstützenswürdig findet, findet ihr einen Link in den Shownotes, da könnt ihr es nochmal nachlesen. Ich denke, die Verteidigung ist ausgesprochen aussichtsreich und zwar einfach deswegen, weil, wie ich habe es gerade schon gesagt, Paragraf 17 UWG schon ein Handeln aus bösen Motiven, jetzt mal untechnisch formuliert, voraussetzt. Und das wird man nicht unterstellen können. Vor allem ist es aber auch so, dass die Gerichte natürlich bei solchen Verurteilungen wegen Anstiftungen immer auch andere Grundrechte mit in den Blick nehmen müssen. Im Fall des Korrektivchefredakteurs wird man die Ausstrahlungswirkung der Pressefreiheit in den Blick nehmen müssen. Philipp, du hast es gerade schon angesprochen. Die journalistische Recherche kann unter bestimmten Voraussetzungen, Verhaltensweisen quasi decken, die sonst strafbar wären. Das muss also bei der Abwägung, bei der Auslegung von Strafgesetzen natürlich immer mit in den Blick genommen werden. Und bei Hermann Theisen, der ist nun kein Journalist, aber da muss man zumindest die Meinungsfreiheit in den Blick nehmen und sich fragen, wie ist denn dieses Flugblatt auszulegen. Und wenn jetzt das Amtsgericht München zum Beispiel ihn verurteilt und den Inhalt des Flugblatts noch nicht mal zur Kenntnis nimmt, kann man sich nur noch wundern. Aber zwei Fragen. Erstens, von wem geht denn diese, was ist das, Anzeige, dieses Verfahren aus? Macht das die Staatsanwaltschaft von sich aus oder gibt es da Anzeigen von Banken oder Offenschmieden? Das weiß ich nicht mit Sicherheit, aber ich gehe sehr davon aus, dass die Waffenschmieden Hermann Theisen jeweils angezeichnet haben. Zweitens. Oder die Banken, den Korrektivmann. Egal wie diese Verfahren ausgehen, was sie ja auf jeden Fall jetzt schon haben, ist so ein Chilling-Effekt. Absolut. Wo sich jeder, wo sich jeder, der irgendwie, jeder Journalist, der sich irgendwie in diese Bereiche bewegt, so im Hinterkopf hat, könnte sein, dass die mich wegen Paragraph 17 UWG zumindest anzeigen und mir da Ärger machen. Was müsste man denn tun, um das zu verhindern? Reicht es, wenn die jetzt freigesprochen werden? Oder muss man das Gesetz ändern, zu sagen, okay, ausgenommen sind Journalisten, Ärzte, keine Ahnung. Dazu muss man wissen, dass das Thema ohnehin schon den Gesetzgeber beschäftigt. Und zwar hat nämlich die Europäische Union vor kurzem auch da eine Regelung erlassen, die jetzt noch vom nationalen Gesetzgeber umgesetzt werden muss in das deutsche Recht. Gerade in diesen Tagen wird im Bundestag die deutsche Umsetzung auch diskutiert. Die allerdings wird sehr scharf kritisiert, sowohl von Journalistenverbänden als auch zum Beispiel vom Deutschen Anwaltsverein, weil sie alle das große Risiko sehen, dass diese deutsche Umsetzung total schwammig ist. Und genau diese Rechtssicherheit nicht schafft, Philipp, die du zu Recht anmahnst, beziehungsweise die deutsche Umsetzung der EU-Regulierung, der EU-Richtlinie scheint wohl diesen Chilling-Effekt gerade nicht zu verhindern. Und da muss man sagen, dahinter steht aus meiner Sicht jedenfalls eine, wie soll ich sagen, unausgesprochen feindliche Haltung der, jedenfalls der großen Koalition gegenüber dem Whistleblowing. Es gibt zum Beispiel von den Grünen schon seit langen Entwürfe dazu, dass Whistleblowing straffrei gestellt werden soll. Ein Whistleblower-Schutzgesetz war schon im vergangenen Bundestag Thema. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war es auch so, dass die Linken sich in dem Bereich engagiert haben, bin ich nicht ganz sicher. Bei den Grünen weiß ich es mit Sicherheit. Ganz kurz, Whistleblower sind Menschen, die halt aus Gewissensgründen Informationen, die eigentlich vielleicht unter Geschäftsgeheimnis fallen, an Journalisten herantragen, um eben für Aufklärung zu sorgen. Genau, und schon im letzten Bundestag war also Thema, wie man Whistleblower besser schützen kann. Denn dieser Fall oder diese beiden Fälle, Korrektiv und Hermann Theisen, zeigen eben wieder, dass Whistleblowing bislang so in einer rechtlichen Grauzone stattfindet. Und genau das kann man nicht gebrauchen. Sowohl zum Schutz der Pressefreiheit als auch zum Schutz der Meinungsfreiheit muss es einfach möglich sein, solche Informationen ans Licht zu bringen. Denn man muss es ja mal sagen, die wollen ja jetzt nicht irgendwie denunzieren, die wollen die Wahrheit ans Licht bringen. Das muss man sich immer wieder klar machen. Sowohl Korrektiv als auch Hermann Theisen versuchen, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Und wir haben es auf der anderen Seite mit Kriminellen zu tun, die versuchen, ihre kriminellen Handlungen unter der Decke zu halten. Und da sollte es eigentlich im Interesse der Allgemeinheit liegen, einen Rechtsrahmen zu schaffen, der solches Whistleblowing nicht etwa, wie gesagt, so in einer Grauzone stattfinden lässt, sondern der solches Whistleblowing eindeutig und berechenbar und vertrauenswürdig von Strafe und sonstiger Verfolgen freistellt. Aber wie gesagt, mein persönlicher Eindruck ist, und so erklärt sich auch, glaube ich, dieses Umsetzungsgesetz zu der EU-Richtlinie, die Große Koalition hat einfach kein eindeutig positives Verhältnis zum Whistleblowing. Ganz im Gegenteil, viele Unternehmen finden das natürlich total doof, wenn irgendwas liegt. Und auch viele Politiker finden das natürlich ganz wunderbar, wenn sie Skandale unter der Decke halten können. Und deswegen, mein persönlicher Eindruck ist, die Große Koalition will Whistleblowing eigentlich nicht schützen. Sie müssen so ein bisschen, weil die EU das vorgegeben hat. Und es gibt natürlich auch öffentliche Forderungen, gerade eben von Journalistenverbänden zu sagen, wir brauchen Rechtsklarheit. Aber das zieht sich eigentlich durch. Die GroKo will das nicht. So mein Eindruck. Falls Hörerinnen und Hörer bessere Informationen haben, freue ich mich über Hinweise. Aber ich glaube, da müssen wir dranbleiben. Und diese Umsetzung der Whistleblower-Schutzrichtlinie, die wird uns noch eine Weile beschäftigen. Wie gesagt, jetzt geht es aber erstmal um die Verteidigung sowohl des Korrektivchefredakteurs als auch von Hermann Theisen. Und die GFF jedenfalls ist dann im zweiten Fall dran. Wir haben ja hier schon öfter über Fahrverbote gesprochen. Jetzt beleuchten wir das mal aus einer anderen Perspektive. Die sind ja recht unbeliebt unter anderem bei bestimmten Kommunen. Verwaltungsgerichte sagen, ihr müsst. Und jetzt hat der Verwaltungsgerichtshof in München den EUGH, den Europäischen Gerichtshof, gefragt, ob er unter Umständen Minister einsperren lassen darf, wenn die sich weigern, Fahrverbote durchzusetzen. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist ehrlich gesagt wieder ein Fall unter der Überschrift Bananenrepublik Bayern. Man kann es einfach wirklich nicht glauben. Es ist eine Entscheidung, die ich zweimal lesen musste, bis ich fassen konnte, dass das wirklich so entschieden worden ist. Wobei, dass es so entschieden worden ist, ist eigentlich gut nachvollziehbar. Aber den Tatbestand, den das Gericht festgestellt hat, den mag man gar nicht glauben. Es ist nämlich tatsächlich so, dass der Freistaat Bayern seit vielen Jahren vollziehbare Urteile zum Thema Fahrverbote oder generell zur Begrenzung der Stickoxid-Konzentration in der Atemluft schlicht und ergreifend nicht umsetzt. Normalerweise würde man ja denken, wenn ein Verwaltungsgericht eine Entscheidung trifft und diese Entscheidung vollziehbar ist, nicht unbedingt rechtskräftig, aber jedenfalls so, dass Rechtsmittel keine aufschiebende Wirkung mehr haben. Man sagt dann vollziehbar. Dann würde man ja denken, eine Behörde wie der Freistaat Bayern oder eine öffentliche Institution wie die Ministerien und Behörden des Freistaats Bayern, die würden sich an eine solche Entscheidung eines Verwaltungsgerichts, sofern sie denn vollziehbar ist, auch halten. Stichwort Rechtsstaatsprinzip, Gerichte entscheiden, Behörden setzen um. Nicht so im Freistaat Bayern, denn da gibt es seit Jahren vollziehbare Urteile, die aber schlicht und ergreifend nicht umgesetzt werden. Was passiert dann? Dann in solchen Situationen gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass Zwangsmittel festgesetzt werden. Wie gesagt, das ist als solches schon ein irritierender Vorgang, dass sich Behörden sehenden Auges nicht an das Recht halten. Aber gut, die bayerischen Verwaltungsgerichte haben deswegen schon seit Jahren immer wieder Zwangsgelder verhängt gegen verschiedene Repräsentanten bayerischer Stellen. Diese Zwangsgelder bleiben allerdings alle wirkungslos. Der Grund dafür ist relativ einfach. Zwangsgelder gegen eine Behörde bedeuten ja einfach nur, dass Geld aus dem Etat... Ein Topf in die andere wandert. Genau. Also irgendwie Topf des Umweltministeriums wird das Geld rausgenommen und fließt dann in den Topf des Justizministeriums. Das heißt, solche Zwangsgelder haben keine besonders große Zwangswirkung. Und nun hat die Deutsche Umwelthilfe, die ja auch schon oft Thema war, die maßgeblich steht hinter diesen Dieselfahrverboten und generell hinter der Durchsetzung der Regelungen zur maximalen Stickoxidkonzentration in der Atemluft. Diese Deutsche Umwelthilfe hat nun bei den bayerischen Gerichten beantragt, zwangshaft zu verhängen gegen Mitglieder der Landesregierung, damit sie endlich, kann man nur sagen, Gerichtsentscheidung auch tatsächlich umsetzt. Und der Verwaltungsgerichtshof in Bayern, das ist quasi die zweite Instanz oberhalb der Verwaltungsgerichte. Dieser Verwaltungsgerichtshof hat jetzt sich die Frage gestellt, dürfen wir das? Denn nach deutschem Recht ist zwangshaft in solchen Situationen eigentlich unzulässig. Sie könnte aber vielleicht nach Europarecht geboten sein, einfach weil europäische Umweltstandards sonst nicht durchgesetzt werden können. Und der Europäische Gerichtshof hat bereits vor Jahren entschieden, Gerichte der Mitgliedstaaten sind verpflichtet, gegenüber der nationalen Behörde jede erforderliche Maßnahme zu erlassen, um die Einhaltung der Europäischen Luftreinhalterichtlinie aus dem Jahr 2008 sicherzustellen. Und wenn Zwangsgeld nicht wirkt, dann bleibt möglicherweise nur noch die Haft. Das finde ich schon einen bemerkenswerten Vorgang. Also es ist ja jetzt ein bisschen unklar, wie das ausgeht. Die Rechtslage ist kompliziert, wie der EuGH das entscheidet, ist auch unklar. Aber ich finde, weshalb wir das ja auch nochmal ansprechen, ist auf diesen eigentlich unglaublichen Zustand hinzuweisen, dass CSU-Minister sich eigentlich verhalten wie Kriminelle, kann man sagen, oder? Muss man so sagen. Da gibt es Minister und Ministerinnen sicher auch irgendwie, die ganz bewusst das Recht brechen. Punkt. Ja, da weiß man nicht mehr, was man sagt. Aber sind das nicht die, die immer vom Rechtsstaat reden? Ja, die haben das härteste Polizeigesetz durchgesetzt. Aber das richtet sich eben offenbar nicht gegen CSU-Minister. Also ich muss sagen, ich finde das persönlich widerlich. Anders kann ich das nicht mehr bezeichnen. Denn mal ganz ehrlich, der Rechtsstaat wird nicht nur dadurch herausgefordert, dass alten Omas die Handtaschen geraubt werden. Das ist selbstverständlich nicht schön. Ich will das überhaupt nicht kleinreden, aber der Rechtsstaat wird mindestens genauso dadurch infrage gestellt, dass die Repräsentanten des Staates ihrerseits sehenden Auges und mit vollem Bewusstsein das Recht brechen. Denn mal ganz ehrlich, wie soll man denn, zum Beispiel als kleiner Strafrichter, ja, ist ja meine Rolle gewesen zehn Jahre lang, wie soll ich denn als kleiner Strafrichter dem Angeklagten auf der Anklagebank sagen, du musst dich ans Gesetz halten, wenn der mir sagt, ja, und was mit Söder? Was macht denn der? Ja, da komme ich doch in argumentative Probleme. Also nicht zuletzt deshalb reisen wir ja auf unserer demokratisierenden Mission demnächst in den Freistaat Bayern. Am 12. Januar sind wir mit der Lage live in Bamberg. Um genau zu sagen, wir sind ja gar nicht in Bamberg. Wir sind ja Hallstatt, glaube ich. Das ist bei, ich weiß das, ich sehe das immer nur so und das ist, glaube ich, sogar bei Bamberg. Also wir robben uns in die bayerische Provinz, Entschuldigung. Na, Philipp, da müssen wir noch ein bisschen klarstellen. Das ist also natürlich politisch der Freistaat Bayern. Wir bekamen aber außerdem den Hinweis, und das möchte ich natürlich nicht verschweigen an dieser Stelle, wir bekamen außerdem den Hinweis, dass das politisch Bayern ist, aber landsmannschaftlich Franken. Wir reisen also nach Franken, nach Hallstatt, bei Bamberg, und wir freuen uns. Part-Tickets gibt es noch, ne? Part-Tickets gibt es noch, und wir sind ganz überrascht gewesen, wir haben jetzt die Tage mal geschaut, so bei unserem Domain-Dienstleister, es gab tatsächlich noch die schöne Domain lage.live. Ihr könnt jetzt also einfach in eurem Browser eintippen, lage.live, enter, und schon bekommt ihr unsere Ticketseite. Wir müssen jetzt also nicht mehr diese furchtbar komplizierte URL durchgeben. Die will ich einfach nie wieder sagen, lage.live, ja, das ist also quasi euer Weg zum Glück, wenn ihr Tickets sucht für die nächste Lage live in Bamberg, in Hallstatt bei Bamberg, und natürlich werden wir auch andere Lage-Lives dort ankündigen, wir planen in Kürze mal die Termine. In Kürze bis zum Ende des Jahres müssen wir das irgendwie mal festklopfen, dann stehen die da auch und tauchen da auf. Wir kommen noch mal, was heißt noch mal, wir kommen mal zur Bahn. Das hat jetzt ein paar ganz interessante Geschichten gegeben rund um die Bahn. Das eine war, das ist so ein bisschen ein Randthema, aber ich fand es trotzdem irgendwie ganz interessant. Philipp war auf einer Bahnparty. Genau, ich war auf einer Bahnparty, wie man hier hört, auf dem Berliner Bahnhof Ostkreuz. Und es war gute Laune. Es war absolut gute Laune, ja. Das war richtig schön, da war so ein kleiner Empfang mit einer kleinen dreiköpfigen Dixi-Band, die man ja hier schön hört. Und der Bahnhof wurde halt vorgestellt, fertiggestellt vielmehr. Und da waren also ein paar Leute gekommen und man unterhielt sich und so und hatte ganz gute Laune, weil dieser Bahnhof nun endlich fertig war. Hatte wie auch Jahrzehnte gedauert. Ja, ewig. Oder? Ewig. Hatte ewig gedauert. Also gefühlt zehn Jahre. Genau. Und da war dann aber auch der Bahnchef, er war auch da. Nicht Bahnchef Medorn, den gibt es nicht mehr. Nee, genau, sondern Herr Lutz. Herr Lutz. Herr Lutz ist jetzt der Bahnchef. Und mit dem habe ich mich dann auch mal kurz unterhalten, habe da einen Beitrag gemacht für den Deutschlandfunk und so. Und als das Mikro dann aus war, beziehungsweise er wollte, dass ich das ausmache, habe ich ihn mal nachgefragt, wie das eigentlich mit 5G ist. Ja. Also mit diesem neuen Mobilfunkstandard. Und da hatten wir ja auch darüber berichtet, dass ja jetzt auch Unternehmen quasi so eine Lizenz beantragen können. Ja. Und da hatte ich so, das war relativ spontan, die Idee, na Mensch, das könnte doch auch die Bahn beantragen. Wenn sie quasi ihre Leute, Gäste mit besserem Internet versorgen will in den Zügen, wäre das doch eigentlich eine ganz coole Methode, wenn die selber eine 5G-Lizenz beantragen. Genau, jetzt zum Hintergrund vielleicht ganz kurz. Also wenn man sich mal mit den Leuten unterhält, die bei der Bahn verantwortlich sind für das WLAN im Zug, dann sagen die, ja, ist alles technisch ein Riesenproblem. Aber eins der vielen Probleme ist einfach quasi der sogenannte Uplink oder Downlink aus dem Zug auf den Erdboden. Man kann ja keine Strippen ziehen, wenn der Zug fährt, logischerweise. Die sagen mir dann nämlich immer, die Mobilfunkprovider stellen einfach entlang der Strecken teilweise nicht hinreichend gute Mobilfunknetze bereit. Das heißt also, wir kriegen die Daten einfach nicht in den Zug und aus dem Zug. Und da wäre natürlich eine denkbare Lösung, wenn die Bahn jetzt eine 5G-Lizenz hätte, dass sie einfach selber entlang der Strecken ein Netz aufbaut und mit diesem Netz sicherstellt, dass man im Zug vernünftig telefonieren kann. Zumal er dann halt auch sagte, wir haben, Herr Lutz, wir haben 33.000 Kilometer Gleise in ganz Deutschland. 18.000 davon sind bereits mit Glasfaser verkabelt. Ach, da liegen schon Glasfaser. Ja, das ist schon Glasfaser, weil die natürlich auch kommunizieren müssen pipapu. Aber er sagte, wir wollen kein Breitbandanbieter werden. Das war so seine Antwort. Er sagte dann aber auch, naja, also wenn wir diese ganzen 33.000 Kilometer mit Glasfaser verlegen würden, dann kämen wir bis auf ein paar Kilometer fast an jedes Haus in Deutschland ran. Wow. Und er sagte, wir sind bereit. Wir stehen, sind für Gespräche offen. So, er musste dann weg, hat sich so ein bisschen, sein Pressesprecher hat ihn dann auch irgendwie weggezort. Ich habe ihn dann auch gefragt, aber sie könnten doch auch dann quasi den WLAN-Empfang und Handy-Empfang ihrer Kunden verbessern. Da hat er so ein bisschen die Sturm gerunzelt und ist gegangen. Also das ist so ein bisschen offen. Aber das fand ich dann irgendwie doch ganz interessant, dass sie zumindest offen scheinen, ihre Glasfaser zur Verfügung zu stellen für eine bessere Breitbandversorgung in Deutschland. Das heißt im Grunde, wenn du sagst, also sie sind bis auf ein paar Kilometer an jedem Haus dran, dann bräuchten sie quasi noch einen Partner für die letzte Meile. Die Bahn wird ja jetzt nicht anfangen wollen, die Republik aufzubuddeln, aber sie bräuchten noch einen Partner. Für diese letzte Meile, genau. Wie gesagt, ich konnte das jetzt mit ihm nicht so erörtern, aber ich fand das einfach so als zumindest große Asset interessant, dass es da Gleise gibt, die über die Hälfte schon verglasfasert sind und ein Unternehmen, was durchaus im Besitz des Bundes ja auch ist. Und das fand ich irgendwie mal ganz interessant. Aber hattest du den Eindruck, dass der das auf dem Schirm hatte? Also ist das ein Thema bei der Bahn oder gerade nicht? Also Breitband hat er zumindest den Eindruck erweckt, so nach dem Motto, ja, ja, wir wissen, wir haben 18.000 Kilometer Glasfaser und wir wollen das selber nicht machen, wären aber bereit. Das ist ja unfassbar wertvoll. Das Schöne ist ja, dass man diese Glasfaserleitung vergleichsweise gut teilen kann. Man kann also über dieselbe Faser alle möglichen Datenverkehre leiten, einfach weil man Licht ja nach den Farben relativ gut aufteilen kann. Also man kann, wenn da eine Glasfaser liegt, relativ gut noch einen anderen Partner Huckepack nehmen. Das ist ja wirklich so. Man kann das dann eben nach verschiedenen Farben teilen. Dann schickt der eine halt das grüne Licht, jetzt mal ganz einfach dargestellt, das grüne Licht durch die Leitung, der andere das rote und der dritte das gelbe und das kann man dann relativ gut wieder trennen. Aber wenn Grün nicht mit Gelb mag, ist auch irgendwie, also Grün und Gelb müssen schon so ein bisschen auseinander sein. Grün und Gelb gibt Mamba-Grün, das ist nicht gut. Anyway, also jedenfalls, das geht. Also da wäre ich mal interessant, könnte man nochmal nachfragen, fand ich ganz interessant. Aber Herr Lutz hat ja in dieser Woche auch noch andere Art von Stress. Ja, der hat jede Menge Stress, genau. Das geht um diese Tarifverhandlungen, das haben ja viele auch am Montagmorgen mitgekriegt. Da hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, EVG, ich glaube vier Stunden war es, so einen Warnstreik gemacht. Der Hintergrund davon ist, dass es ja bei der Bahn zwei Gewerkschaften gibt. Ja, es gibt die EVG, die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, die haben, ich glaube, gute 100.000 Mitglieder. Und dann gibt es halt die GDL, die Gewerkschaft der Lokführer, die hat so gute 30.000, 33.000 Mitglieder. Das sind in erster Linie Lokführer bei der GL. Daher sind die so mächtig, weil wenn die streiken, dann geht halt nichts mehr. Und die EVG ist halt mächtig, weil einfach so viele bei ihr Mitglied sind. Und die beiden verhandeln getrennt jetzt mit der Bahn um neue Tarifverträge. Schon seit zwei Monaten spitzt sich natürlich vor Weihnachten dann immer so ein bisschen zu, weil der Druck natürlich zunimmt. Streiks vor Weihnachten will irgendwie keiner. Und es geht im Wesentlichen um mehr Geld. Die beiden Gewerkschaften wollen 7,5 Prozent mehr Lohn. Die Bahn hat da ein bisschen was angeboten, wenn wir es immer so ist, ein bisschen weniger und so. Und die GDL hat die Gespräche jetzt abgebrochen, weil die GDL, so willst du, einen Vertrag, eine Vereinbarung mit der Bahn nur streiken kann, wenn es vorher Schlichtung gegeben hat. Und Schlichtung kann es halt nur geben, wenn eine Seite die Gespräche abgebrochen hat. Deswegen hat die GDL jetzt abgebrochen. Die EVG verhandelt noch, weil die auch streiken kann, ohne vorher geschlichtet zu haben. Aber die GDL zumindest hat gesagt, in diesem Jahr gibt es keine Streiks mehr vor Silvester. Was mit der EVG ist, ist ein bisschen unklar. Das ist also in der Schwebe. Aber was ich daran eigentlich interessant finde und da sollten wir nochmal ein bisschen drüber reden, ist, vor diesen ganzen, also im Hintergrund dieser ganzen Diskussion steht ja die Frage, wie kriegt man die Probleme der Bahn in den Griff? Und was ist eigentlich das fundamentale Problem? Und die Bahn hat Probleme, wir wissen das. Verspätung im Fernverkehr, wir sind jetzt bei 70 Prozent der Züge. die halt pünktlich sind, das heißt, pünktlich heißt, weniger als sechs Minuten Verspätung bei der Bahn, die hat 20 Milliarden Euro Schulden. Es gibt immer mehr Investitionsrückstau, die Gleise sind veraltet, viel Technik ist veraltet. Es gibt zu wenig Gleise, Überholgleise wurden abgebaut. Das heißt, da bremsen jetzt lahme Züge, Güterzüge, Regionalzüge, die schnellen ICEs. Das macht es anfällig für Verspätungen im ganzen Netz. Ja, das heißt, um das mal ganz kurz noch so ein bisschen aus einer anderen Perspektive zu beleuchten. Also die Menschen sehen natürlich bei der Bahn die vordergründigen Probleme. Die Züge sind zu spät, die Züge sind zu voll, die Züge sind unpünktlich, die Bahn ist zu teuer und das WLAN funktioniert nicht. Das sind so die Symptome, die man sieht. Aber die eigentlich spannende Frage ist ja, was sind denn die zugrunde liegenden Probleme? Die Bahn ist ja jetzt, bei der Bahn arbeiten jetzt nicht irgendwie reihenweise unfähige Leute, die keine Züge pünktlich planen können, sondern dafür gibt es ja strukturelle Probleme, die dazu führen, dass diese Symptome auftreten. Und das finde ich ist die eigentlich spannende Frage, welche strukturellen Probleme hindern denn die Bahn daran, dass sie billiger wird und dass sie pünktlicher wird und dass sie einen besseren Service bietet. Weil man nämlich daraus ableiten kann, wer ist hier in der Verantwortung, wer kann wirklich was machen. Und es turns out, es ist auch die Bahn, ja, aber es ist vor allen Dingen die Politik. Und die Frage ist, woran liegt das? Erstens, die Bahn, und das vergessen viele, gehört dem Bund und zwar zu 100 Prozent. Das heißt, der Bund entscheidet… Der Bund ist der Boss, so viel kann man sagen. Der Boss, vertreten durch das Verkehrsministerium. Und die entscheiden, wer ist der Bahnchef, die sitzen im Aufsichtsrat, ja, und die schreiben eben auch oder können zumindest daran mitwirken, wie sehen die Gesetze aus, nach denen die Bahn funktioniert. Und da ist es wirklich, wirklich, das kann ich echt nur jedem empfehlen, lohnswert, wenn man da mal so vielleicht nicht die komplette Antwort kriegen will, aber zumindest einen wichtigen Aspekt verstehen will, warum das ein Problem ist und was da politisch getan werden könnte. Und da kann ich jedem nur mal ans Herz legen, den Bericht des Bundesrechnungshofs vom 7. Dezember. Der ist jetzt eine gute Woche alt. Und der Bundesrechnungshof ist also eine staatliche Behörde, die halt das Recht hat, in alle möglichen Behörden mal reinzugucken und zu gucken, was macht ihr denn eigentlich mit dem Geld? Wie funktioniert das da bei euch? Und das ist deshalb auch interessant zu lesen, A, einerseits, weil man ein bisschen was von den, oder sehr viel von den Hintergründen versteht, aber eben auch, weil man so ein bisschen merkt, wie A, sprechen die klares Deutsch, das ist wirklich klar zu verstehen, und B, ist es lustig zu sehen, wie genervt die sind, weil die schon so lange darauf hinweisen. Und jetzt muss man also verstehen, die Bahn, das sind… Vielleicht nochmal ganz, um das wiederum so ein kleines bisschen auf den Punkt noch zu bringen. Also ich finde, ich finde erstmal die spannende Erkenntnis, die Bahn schwebt nicht im luftleeren Raum. Da gibt es nicht irgendeinen Fürsten von Bahnchef, der eben eine Pfeife ist oder auch super ist, sondern da gibt es einfach dahinter den Bund, damit gibt es dahinter die Politik. Das heißt mit anderen Worten, es gibt eine ganz klare politische Verantwortung, sowohl für die Unternehmensführung bei der Bahn, als auch für die rechtlichen Rahmenbedingungen, weil Philipp, du hast es gesagt, der Bund schreibt die Gesetze. Und das finde ich eine ganz zentrale Erkenntnis. Jeder, der sich über die Bahn ärgert, über die Servicequalität, der muss sich die Frage stellen, welche politischen Fehlentscheidungen stehen dahinter? Und das finde ich wirklich spannend, denn man hat, ich habe immer so ein bisschen den Ahnung, die Leute regen sich über die Bahn auf, aber die wenigsten regen sich über den Verkehrsminister auf, der im Grunde für die Fehler bei der Bahn jedenfalls politisch und vielfach auch direkt verantwortet. Genau, denn die Bahn bestehen natürlich aus mehreren Sachen, das sind zum einen natürlich Züge und Personal, aber es ist vor allen Dingen diese Infrastruktur. Also Gleise, Gebäude. Gleise, Gebäude, Brücken etc. Die Züge und so, der normale Bahnbetrieb, die machen so Gewinn. Die Bahn fährt so jedes Jahr zwei bis drei Milliarden Euro Gewinn ein. Das Problem ist diese Infrastruktur. Wir haben 33.000 Kilometer Gleise, wir haben tausende Bahnhöfe, wir haben 25.000 Brücken oder sowas in der Richtung. Und das zu erhalten ist, das weiß jeder, das ist sauteuer und das lässt sich einfach wirtschaftlich kaum betreiben. Und dazu muss man sagen, vielleicht muss auch einfach ein Gleisnetz gar nicht wirtschaftlich zu betreiben sein, der mal ganz ehrlich, das Straßennetz in Deutschland frisst natürlich noch viel, viel, viel mehr Geld. Dazu kommen wir am Schluss. Das ist sozusagen das Fazit. Heute ist sozusagen diese Infrastruktur bei Bahntochtergesellschaft, also in der Bahn untergegelt. Da gibt es die DB Netz, die ist für den Schienennetz zuständig. Die DB Station und Service macht die Bahnhöfe und DB Energie macht sozusagen die Energieversorgung. Das ist Teil des Bahnkonzerns. Jetzt ist natürlich die Frage, wie finanziert sich das Ganze, wenn das so sauteuer ist? Grundlage dafür, das ist ja hier, was viele Juristen ja auch immer zuhören, ist das Bundesschienenwegeausbaugesetz. Das ist sozusagen das Gesetz, was die Finanzierung dieser Infrastruktur regelt. Und da galt bis 2009, die Bahn muss quasi für jedes Gleis und jede Brücke ein bisschen überspitzt, einen Antrag beim Staat stellen und sagen, wir würden das gerne machen, gib mal Geld. Und 2009 hat man das umgestellt und seitdem gibt es Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung. Die gelten dann immer für ein paar Jahre, die werden alle paar Jahre neu ausgehandelt. Aktuell läuft die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung zwei, die läuft bis Ende 2019. Gerade wird verhandelt über das Nachfolgeding die drei. Und Ziel ist, da kriegt die Bahn Geld pauschal pro Jahr, eine Summe. Es wird immer mehr, es fing an mit zweieinhalb Milliarden. Jetzt im nächsten Jahr kriegen sie über vier Milliarden jedes Jahr. Und damit soll die Bahn die Infrastruktur instand halten. Sie soll sie verbessern und sie soll diese Investitionsrückstaus, die es gibt, beseitigen. Also die Brücken, die seit Jahren hätten repariert werden müssen, sollen repariert werden. Mit dieser Kohle. Und in dieser Vereinbarung, also da erhofft man sich dann, wenn wir das Pauschal der Bahn geben, dann kann die sozusagen selber Effizienz nehmen, die kann selber entscheiden, wie sie es einsetzt. Und das Ganze soll dann Kosten sparen und die Bahn so ein bisschen zu unternehmerischem Handeln anregen. Genau, und die Ideologie, die dahinter steht, das muss man ja nochmal wieder ein bisschen formulieren. 2009, das war noch so die Hochphase neoliberalen Denkens in Deutschland. Die Idee dahinter ist, wenn man dem Unternehmen einfach nur Geld gibt, und dann quasi hofft, dass das vernünftig funktioniert, dass es dann marktwirtschaftlich sinnvoll agiert, dann wird alles gut. Aber wie das eben so ist bei Wirtschaftsunternehmen, die entscheiden dann im Zweifel eben nicht danach, was vielleicht für das gesamtwirtschaftliche Interesse oder gar für das gesamtstaatliche Interesse sinnvoll wäre, sondern die schauen ziemlich hart darauf, was sind die vergleichsweise kurzfristigen Anreize, wie man das Geld so einsetzen kann, dass die Bilanz möglichst gut aussieht. Genau, und in dieser Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung gibt es sozusagen, ist definiert, was muss der Bund machen. Der Bund muss jedes Jahr Geld geben, wie gesagt, im nächsten Jahr sind es gut vier Milliarden Euro. Eine Menge Geld. Eine Menge Geld und der Bund ist sozusagen für die sogenannten Ersatzinvestitionen zuständig. Also wenn eine Brücke komplett neu gebaut werden muss, dann muss dafür dieses Geld ausgegeben werden. Die Pflicht der Bahn ist auch ein bisschen Eigenkapital aus der Bahn sozusagen, aus dem eigenen Betrieb dazu zu geben, mindestens 1,7 Milliarden pro Jahr. Aber die Bahn ist nicht dafür zuständig, Sachen zu ersetzen, sondern die Bahn muss dieses Geld, das Eigenkapital dafür ausgeben, Sachen zu erhalten, zu pflegen. So, das bedeutet mit anderen Worten, die Bahn muss es so lange instand setzen, wie es noch so halbwegs okay ist. Und wenn es einmal richtig kaputt ist, dann mit einmal wird der Bund verantwortlich. Und da kann man sich vorstellen, das läuft dann natürlich in vielen Situationen so, wie früher in der DDR Wohnungsbaupolitik betrieben wurde. Da gab es ja irgendwie Altbauten, natürlich auch im östlichen Teil Deutschlands. Und ganz viele kommunale Wohnungsbaugesellschaften haben diese Altbauten im Prinzip nicht saniert, einfach verrotten lassen. Irgendwann waren die so marode, da hat man sie abgerissen und dann wurde irgendwie eine hübsche Platte draufgestellt. Und so ähnlich ist natürlich auch der Anreiz für die Bahn. Denn wenn man sich das mal überlegt, die Bahn hat quasi die Wahl, entweder wir finanzieren aus eigener Kasse die Instandhaltung oder wir lassen es in Ruhe vergammeln. Und wenn es irgendwann richtig kaputt ist, dann zahlt uns der Bund eine schöne Neubrücke. Und der Bundesrechnungshof kritisiert diese unter anderem, diese Anreizstruktur fundamental. Das beginnt damit, dass er sagt, es ist einfach schon mal völlig unklar, in was für einem Zustand das Netz überhaupt ist. Wir haben gar kein klares Bild. So wie dieser Deal gestrickt ist, wissen wir gar nicht genau, wie dieses Netz aussieht. Denn in dieser Leistungsvereinbarung sind Kennzahlen definiert, die den Zustand des Netzes belegen, die den messen sollen. Der Bundesrechnungshof sagt aber, diese Kennzahlen, die taugen nichts. Zitat, diese Kennzahlen sind nicht dazu geeignet, den tatsächlichen Zustand der Eisenbahninfrastruktur umfassend abzubilden. Jetzt kommt's. So signalisieren sie zum Beispiel die Qualitätszahlen, eine Verbesserung des Zustands der Eisenbahninfrastruktur, während in der Realität eine eher negative Entwicklung zu beobachten. Auf Deutsch, die Infrastruktur verfällt, aber die Zahlen gehen nach oben. Das ist wie in der DDR. Statistik ist super. Und die geben ein Beispiel. Also zum Beispiel gibt es zwei Kennzahlen, die nennen sich theoretischer Fahrzeitverlust und Anzahl der Infrastrukturmängel. So, das sind so zwei Kennzahlen, die werden gemessen und die sollen darüber Aufschluss geben, wie ist denn jetzt der Zustand. Und da sagt der Bundesrechnungshof, also erstmal ist die Frage, wie wurde denn ein Mangel definiert? Und der wurde lange so definiert, dass ein Mangel erst ein Mangel ist, wenn der 100 Tage besteht. Erst dann ist ein Mangel ein Mangel. Dann kommt dazu, dass sie bei einer Evaluierung festgestellt haben, dass nach diesen Kennzahlen 97 Prozent des Schienennetzes als mängelfrei galten, drei Prozent als nicht mängelfrei. Aus diesen Kennzahlen lässt sich aber nicht erkennen, in welchem Zustand mängelfreie Anteile des Netzes sind. Der Zustand kann nämlich einwandfrei sein oder er kann derart schlecht sein, dass es in Kürze eine Geschwindigkeitsreduktion gibt. Also quasi kurz vor kaputt. Kurz vor kaputt und trotzdem ist es mängelfrei. Okay, das heißt, es gibt nur schwarz oder weiß in dem Bereich. Genau, es gibt nur schwarz oder weiß. Auch zum Beispiel ist es egal für diese Kennzahlen, ob ein Mangel nachhaltig beseitigt wird oder nur notdürftig. Also der Anreiz besteht quasi, ganz leichte und schnelle Reparaturen an der Oberfläche zu machen, während quasi fundamentale, teure, aufwendige, nervige Reparaturen an Brücken quasi nicht angegangen werden müssen, weil es keine Auswirkung hat auf diese Kennzahlen. Das ist einfach für die Kennzahlen egal, ob du die Brücke fundamental sanierst oder ob du quasi deinen Hochspannungs- oder deinen Oberleitungsmaß wieder gerade rückst. Also das ist das erste Problem. Du hast quasi kein klares Bild und der Bundesrechnungshof sagt, deswegen steigt dieser Investitionsrückstau von dem, was eigentlich gemacht werden müsste, obwohl immer mehr Geld in das System fließt. Das klingt nicht gut. Das klingt nicht gut. Und das Bundesverkehrsministerium sagt, na ja, das liegt halt daran, ja, der Investitionsrückstau steigt, aber das liegt daran, dass die Baumaßnahmen immer teurer werden. Und wir wollen neue Kennzahlen einführen, Qualitätskennzahlen und so, aber das kommt. Der Rechnungshof sagt, steigende Baukosten, ja, stimmt, aber eigentlich war das die Idee von diesen Leistungsvereinbarungen, dass steigende Baukosten durch mehr Effizienz bei der Bahn aufgehoben werden. Wenn sie das Geld nämlich haben, können sie effizienter wirtschaften und so können sie sozusagen diese höheren Baukosten auffallen. Das bedeutet, um das vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, das heißt, der Bund und die Bahn haben einen Deal. Das sind diese Leistungsvereinbarungen. Und das Problem ist aber, dass die Regeln in diesem Deal nicht dazu führen, dass die Bahn tatsächlich ein Interesse daran hat, ihre Infrastruktur im Griff zu behalten und tatsächlich kontinuierlich zu pflegen, sodass die Infrastruktur auch kontinuierlich in einem guten Zustand ist, sich der Zustand vielleicht sogar verbessert. Sondern die Regeln in diesem Vertrag sind letztlich so ineffizient formuliert, so dysfunktional formuliert, dass die Bahn leider, leider muss man sagen, ein wirtschaftliches Interesse daran hat, die Infrastruktur verrotten zu lassen und eher punktuell Sanierungsmaßnahmen, so quasi Schönheitskorrekturen vorzunehmen. Kann man das so sagen? Ja, genau. Und dieses Anreizsystem, das haben wir am Anfang schon besprochen, dass der Bund für den Ersatz zuständig ist von Infrastruktur und Infrastruktur und die Bahn für laufende Sachen, da sagt der Bundesrechnungshof, diese Kennzahlen, diese Anreize sind so gesetzt, dass sie auch dann erreicht werden können, wenn die Instandhaltung vernachlässigt wird. Das muss man sich auch mal forschen. Muss ich mal überlegen, da ist ja irgendwas total schiefgelaufen, aber da wiederum muss man sagen, das ist natürlich jetzt nicht einfach nur schiefgelaufen im Sinne von der Bund kann es nicht, sondern das große Problem dahinter ist ja, dass der Bund im Grunde mit sich selber verhandelt hat. Das heißt also, das Ministerium und die Bahn sind ja wirtschaftlich betrachtet eins. Und das heißt also, der Bund hat da seinen eigenen Mitarbeitern schlicht und ergreifend keine strengen Regeln an die Hand gegeben, vermutlich, um nach außen es der Bahn möglichst einfach zu machen, gute Bilanzen zu schreiben. Denn, das muss man ja immer im Hinterkopf behalten, es gab ja viele Jahre das politische Ziel, die Bahn irgendwie an die Börse zu bringen. Mit anderen Worten, die Bahn sollte ja um jeden Preis irgendwie Gewinne machen. Und da macht es natürlich Sinn, dass man die Infrastruktur quasi auf Verschleiß fährt und auf diese Art und Weise die Bilanzen der Bahn schüttet. Ein Beispiel noch, was Sie kritisieren, was auch, finde ich, ganz anschaulich ist, in diesen Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen werden auch Sanktionen festgelegt. Also was passiert eigentlich, wenn eine der beiden Parteien, in dem Fall die Bahn, sich nicht daran hält? Die kriegt das Geld, aber sie erfüllt nicht die vorgegebenen Qualitätspunkte. In jedem Vertrag normalerweise stehen da in solchen Fällen Sanktionen drin, Schadenersatz oder was auch immer. Genau, steht auch hier, nur der Bundesrechnungshof bemängelt, viel zu gering. Beispiel Brücken. Ziel in einer Vereinbarung war zum Beispiel, 875 Brücken ganz oder teilweise zu erneuern. Falls das nicht passiert, stehen da drin 15 Millionen Euro Strafe. Das ist vermutlich der Preis für eine Brücke oder so, oder? Wenn überhaupt. Die sagen, die Summe, die das kostet, diese Brücken ganz oder teilweise zu erheuern, das geht in die Milliarden. Dann ist es aber so, diese Sanktion fällt wirklich nur an, wenn 875 Brücken nicht ganz oder teilweise erneuern wollen. Und zwar egal wie viele. Egal wie viele. Die können jetzt sozusagen, ob die nur eine reparieren, das ist 15 Millionen Euro Strafe. Wenn sie aber 874 statt 875 machen, ist es auch 15 Millionen. Mit anderen Worten, das ist wirtschaftlich vernünftig zu sagen, wir sanieren einfach nur das, was gar nicht anders geht und zahlen locker die 15 Millionen. Auch ist es egal, ob sie große Brücken sanieren oder kleine Brücken sanieren. Die Strafe ist immer dieselbe. Das heißt, der Anreiz ist so, wir sanieren zwei kleine Brücken, zahlen wir 15 Euro. Die anderen 800 müssen wir eigentlich nicht, weil die Strafe die gleiche ist. Also mal ganz ehrlich, das macht alles überhaupt gar keinen Sinn. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, auf der anderen Seite Strafzahlungen, wie sinnvoll sind die eigentlich, wenn dann auf der anderen Seite vielleicht hinterher bei der Bahn das Geld fehlt. Das ist ja irgendwie auch nicht so richtig überzeugt. Man will ja eigentlich nicht der Geld hin und her schieben, man will ja, dass es verdammt nochmal funktioniert. Das ist auch wichtig. Interessant finde ich nur, das Verkehrsministerium sagt, ja, wir haben diese Vereinbarung ja ausgehandelt mit den Sanktionen und dazu gehören ja immer zwei Parteien und naja, da müssen halt alle auch zufrieden sein. Hallo, die Bahn ist doch ein Staatsunternehmen. Und der Bundesrechnungshof sagt, das sei nicht überzeugend, Zitat, schließlich ist der Bund der alleinige Eigentümer der Deutschen Bahn AG und kann in dieser Rolle auf die Beachtung der Interessen des Bundes hinwirken. Dann weiter, sollte das Verkehrsministerium dennoch Schwierigkeiten haben, die Interessen des Bundes im Verhandlungswege durchzusetzen, regt der Bundesrechnungshof an, eine Änderung des Bundes Schienenwegeausbaugesetzes in Betracht zu ziehen. Sprich, die können einfach dafür sorgen, dass dieses Gesetz geändert wird. Also ich glaube, wir haben jetzt relativ viele Details dazu genannt, warum denn diese, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, Projektsteuerung, diese Steuerung des Ausbaus der Schieneninfrastruktur überhaupt nicht funktioniert in Deutschland. Das liegt einfach im Wesentlichen an vielen Anreizsystemen. Es liegt aber auch so ein bisschen an dieser Ideologie dahinter, dass der Markt das schon alles gut machen werde. Das ist in vielen Situationen vielleicht auch richtig, aber in diesem Bereich, denke ich, sieht man sehr deutlich, funktioniert das überhaupt nicht, weil dieses Gesetz und die Regelungen darunter, dieses LUFV, so wie sie gestrickt sind, einfach falsche Anreize setzen für die Bahn. Kurzfristige Erfolge sind für die Bahn viel sinnvoller. Strafenzahlen ist viel sinnvoller, als die eigentlichen Ausbauziele zu erreichen, die Infrastrukturziele zu erreichen. Und da muss man sich doch ganz ehrlich die Frage stellen, wäre es denn nicht einfach viel besser, wenn man das trennen würde, wenn man sagen würde, die Bahn fährt die Züge und das Ministerium baut die Strecken, wäre das nicht wahnsinnig? Also wesentlich sinnvoller? Das schlagen ja auch die Grünen vor und viele andere auch. Ich denke, die Diskussion nimmt langsam wieder Fahrt auf, dass der Bund so eine staatliche Infrastrukturgesellschaft gründet. Da sind Gleise, vielleicht auch Bahnhöfe mit drin, das kann man dann überlegen. Und ich meine, der Bund finanziert diese Infrastruktur jetzt schon. Jetzt schon, genau. Und da muss man, wenn der Bund es einfach auch direkt bauen könnte, meinethalb über eine Gesellschaft, da müsste man sich nicht mehr diese schwierigen Fragen stellen, wie kann man quasi der Bahn Daumenschrauben anlegen, damit die verdammt nochmal tut, was der Bund will, sondern dann könnte man einfach selber diese Vorgaben machen und sinnvoll im gesamtgesellschaftlichen Interesse einen sinnvollen Ausbau der Schienenwege. Genau, und der Bundestag hätte, glaube ich, auch eine ganz gute Kontrolle darüber. Die könnten demokratischer definieren. Das ist halt nicht nur ein Vertrag zwischen dem Ministerium und der Bahn, sondern der Bundestag könnte wahrscheinlich genauer definieren, was sind die Ziele, wie messen wir das eigentlich, ob ihr das erfüllt habt und dafür gibt es Steuergeld. Und dann kann man halt auch die Konkurrenz auf der Schiene vielleicht noch ein bisschen erleichtern. Gibt es ja jetzt schon, es gibt ja nicht nur die Bahn, es gibt ja auch FlixTrain und solche Leute, die halt selber Leistungen anbieten wollen. Also das ist eine Diskussion, die wird sicherlich Fahrt aufnehmen, zumal sich das Verkehrsministerium weigert, diese Empfehlung des Bundesrechnungshofs jetzt schnell umzusetzen. Der Bundesrechnungshof sagt, ihr verhandelt jetzt gerade über die nächste Leistung und Finanzierungsvereinbarung. Die aktuelle läuft 2019 aus und ihr verhandelt jetzt gerade, was ab 2019 passiert. Baut diese Maßnahmen, die wir euch angegeben haben, baut die da jetzt ein. Seht zu, dass das ab 2020 gilt und das Verkehrsministerium sagt, nee, der Bundestag hat das so gebilligt. Wir machen das frühestens in der Lu 4, also ab 2025. Und das dauert zu lange. Und ich denke, das wird sicherlich diese Diskussion befeuern, dass man wirklich das Schienennetz einfach der Bahn rausnimmt. Und die sollen, von mir aus sollen sie auch ihre ausländischen, die haben ja noch so ausländische Tochtergesellschaften, die betreiben ja quasi Busse in Italien, wo man sich auch fragt, verkauft das. So, weg. Und dann könnt ihr euch auf das konzentrieren, was ihr wirklich gut könnt. Und das ist Bahnfahren. Genau, da machen sie ja Gewinne. Da machen sie Gewinne. Genau. Und dann, ja genau, das scheint mir doch eine ganz wichtige Infrastrukturentscheidung zu sein. Da ist einfach was falsch konstruiert worden. In den frühen 2000ern, wie gesagt, der Neoliberalismus, alles muss privat werden, hat damals einfach, wie soll ich sagen, Kollateralschäden geführt. Aber auch ganz konkret in diesen Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen, das wird ja wirklich alle vier Jahre, glaube ich, neu ausverhandelt. Und da kann man ganz konkret drauf hinwirken, wie der Zustand der Infrastruktur ist. Und das ist nicht, nee, das glaube ich eigentlich nicht. Ich denke, dass eigentlich die Diskussion eher zeigt, dass dieses Instrument Bahn hat, hat da eine Gesellschaft und man versucht, die fernzusteuern über diese merkwürdigen Verträge. Das funktioniert einfach strukturell nicht. Deswegen meine Schlussfolgerung, das Problem ist eigentlich die Grundkonstruktion und nicht, dass da irgendwo ein Komma fehlt in so einem Vertrag. Okay, also nicht das über diese Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen zu regeln. Der Bund muss es selber machen. Überall meint, ob er es jetzt im Ministerium ansiedelt oder in der Infrastrukturgesellschaft, ist aus meiner Sicht zweitrangig. Die entscheidende Frage ist, direkter Zugriff darauf, wie gebaut wird, und zwar ohne kurzsichtige finanzielle Interessen eines Betreibers von Schienen oder eines Betreibers von Zügen, sondern mit dem gesamtgesellschaftlichen Interesse, wie kriegen wir gute Schienenwege für Deutschland hin, auf denen dann die Bahn und andere Mitbewerber eben möglichst schnell und billig fahren können. Zumal haben wir auch kurz überredet, dass halt das Ziel ist, ja so ein Taktfahrplan auszurichten, also ein Schienennetz zu bauen, um ganz bestimmt regelmäßig Züge fahren zu lassen, was so ein fundamentaler Wandel ist, der die nächsten 10, 20 Jahre dauern wird. Vielleicht ist da wirklich demnächst der Zeitpunkt gekommen, wo man sagt, das machen wir jetzt mal mit einer Infrastrukturgesellschaft des Staates. So, wir haben noch einen kleinen Hinweis auf ein Thema, nämlich Stichwort Klimakonferenz und Katowice hatten wir lange überlegt, ob wir da heute schon quasi einen Nachbericht machen. Läuft diese Konferenz noch am heutigen Freitag und außerdem gibt es Überlegungen, sie zu verlängern und vor allem die Ergebnisse sind noch nicht so richtig klar. Deswegen verschieben wir dieses Thema auf die nächste Folge der Lage. Wir haben es aber im Blick und wir haben noch ein weiteres Update und zwar zum Thema Manipulation an menschlichen Embryonen, Philipp. Genau, da einfach nur ein kleiner Programmhinweis auf ein YouTube-Kanal ist es letztlich, MyLab heißt der, ist ein Projekt von Funk, also diesem Jugendkanal könnte man sagen, von ARD und ZDF, der ausschließlich im Internet Filme und Kanäle und Informationen produziert. Super gutes Projekt, wahnsinnig viel, über 100 oder knapp 100 Kanäle haben die mittlerweile wirklich lustiges, gutes, interessantes Zeug und MyLab ist eben so ein Kanal, wo eine Frau, ihren Namen habe ich jetzt gerade nicht parat, wissenschaftliche Erkenntnisse wirklich gut fundiert, detailliert, substanziell, aber eben unterhaltsam darbringt und ich möchte euch die Folge eben zu diesem Genbaby ans Herz legen. Da geht sie nochmal ausführlich drauf ein und weist vor allen Dingen nochmal drauf hin, dass dieses Experiment, über das wir berichtet haben, also Forscher manipuliert Gene am lebenden Menschen, eines lebenden Menschen nicht nachgewiesen sind, sondern er hat das behauptet, aber die ganzen Rohdaten und die ganzen Forschungsergebnisse sind halt bisher nicht veröffentlicht worden, deswegen zieht sie das auch nochmal in Zweifel, aber wenn ihr das verstehen wollt, auch nochmal, worum es da genau geht, guckt euch das mal an, Link findet ihr in den Shownotes. Dann noch eine kurze Korrektur. Ja, ganz genau. Wir müssen noch einmal ganz kurz eingehen auf das Thema Wahl der Bundeskanzlerin oder Wahl des Bundeskanzlers Nachfolger Angela Merkel. Da hatten wir ja ausdrücklich hingewiesen auf die Möglichkeit des konstruktiven Misstrauensvotums, wofür aber eben eine absolute Mehrheit des Bundestages erfolgreich ist. Da hat uns jetzt jemand darauf hingewiesen, dass beim Rücktritt des Bundeskanzlers oder in diesem Fall Rücktritt der Bundeskanzlerin möglicherweise doch der Weg des Artikel 63 des Grundgesetzes in Betracht kommen kann. Jedenfalls gibt es eine Stellungnahme des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, dass diese Möglichkeit vorsieht. Im Grundgesetz selber ist die nicht angelegt. Insofern ist es so ein bisschen zweifelhaft, ob das funktioniert. In den 70er Jahren ist das nach dem Rücktritt von Willy Brandt allerdings schon mal so gemacht worden. Und wie das so schön heißt, wo kein Kläger, da kein Richter. Also mit anderen Worten, wenn der Bundespräsident mitmacht und einen so gewählten Kanzler oder eine so gewählte Kanzlerin ernennt, dann wäre das wohl offenbar auch ein gangbarer Weg. Mir scheint das aus der Ferne so ein bisschen zweifelhaft. Aber ich bin zugenermaßen auch nicht ganz tief eingestiegen in diesem Punkt. Insofern nur der Hinweis, möglicherweise könnte auch eine Nachfolgerin von Angela Merkel mit einer einfachen Mehrheit, nämlich in einem dritten Wahlgang nach Artikel 63 des Grundgesetzes ins Amt kommen. Wir sind am Ende der Lage der Nationen angelangt. Wir haben alle Fakten, die uns in dieser Woche spannend und berichtenswert erschienen, für euch zusammengekehrt und bitten euch noch um eine Sekunde Geduld, bevor wir uns verabschieden. Die Lage wurde euch präsentiert von unserem Werbepartner Ford Nutzfahrzeuge und den neuen Transitmodellen. Wirtschaftlich, leistungsstark und topmodern. Mehr dazu unter ford.de Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Bleibt noch der Hinweis auf die zahlreichen Social Media Kanäle, die wir haben. Auf Instagram passiert eine ganze Menge. Chiara macht da, postet auch Lagebilder von euch und alles andere. Twitter ist immer ein ganz guter Kanal at lagenation. Genau, lagenation, wenn es, genau, da freuen wir uns insbesondere über Feedback und werden Themenvorschläge besser per Mail, aber wir versuchen natürlich auch Twitter im Blick zu bekommen. Ja, und wenn irgendwas ist, dann ist das so ein bisschen auch unser Kanal, um was zu announcen und bekannt zu geben, wenn mal was ausfällt oder, oder, oder. Dann könnt ihr da über Twitter gucken at lagenation und der Newsletter, den, ja, der liegt so ein bisschen brach. Ich weiß noch nicht so richtig, was wir damit machen sollen, aber wenn wir so Live-Events haben oder Live-Streams oder so, dann gibt es da auch Nachricht per Newsletter. Link findet ihr in den Show. Genau, wir hatten also die Überlegung, in den Newsletter im Prinzip die Shownotes aufzunehmen. Da haben wir uns noch nicht endgültig entschieden, ob wir das machen wollen. Wenn ihr Lust habt, gebt uns doch dazu mal Feedback. Findet ihr das sinnvoll, wenn wir wöchentlich, wenn die neue Lage erschienen ist, unsere Links der Woche in einem Newsletter rumschicken oder wäre das Spam aus eurer Sicht sinnvoll oder Spam? Freuen wir uns über euer Feedback, ob das eine gute Idee wäre. Alles klar. Das soll es jetzt aber gewesen sein. Wieder ganz schön lang, volles Programm. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Wir hören uns wieder nächste Woche. So ist es. Erstmal ein schönes Wochenende. Gehabt euch wohl. Auf bald. Tschau. Tschau.